Holt euch 10 mal mehr von allem, was ihr liebt. Zum Beispiel 10 mal mehr Shaken. Hahaha, das ist ja geil. Der Gigaboost im Collar Smartphone Special. Du musst bei Spotify die Werbung ausziehen, darfst du einfach weiter. Das ist Next Gen. Wechsel jetzt. Vodafone. Nice. To you. Jetzt pausiert er die Werbung. Das ist so interessant. Hahaha, das wäre ja mal geil. Okay, da habe ich gleich ein Thema über, das ich mich aufregen kann. Spotify, what the fuck? Geht's noch? Jetzt haben wir hier Werbung geschaltet. Oh nein. Auf unserem Channel. Hm. Wir unterstützen die Corporate. Vodafone. Vodafone. Ich habe schon wieder erstmal als Stilauge den Namen entziffert, aber es ist tatsächlich quälgeist. Hahaha. Hahaha. Ich bin nicht immer als erstes Stilauge, ich weiß immer warum. Hahaha. Wie kommst du Stilauge? Hahaha. Maximum Break. 157 Prozent Werbung. Minus 147 Prozent für ungut. Hahaha. Es ist mal wieder der zweite Sonntag. Es ist mal wieder Zeit für Hass und für jede Menge Klartext. Das bringt es eigentlich auf den Punkt. Ja, ähm. Zwei Wochen sind vergangen seit dem letzten Podcast. Wer sich, wie ich beispielsweise, einfach mal ein bisschen umgeschaut hat, was so getitelt wird, was geschrieben wird, der wird feststellen, boah, es ändert sich nichts. Es ist ehrlich. Noch immer willkommen, scheiß Early Access Titel, 80 Prozent von irgendwelchen No-Name-Zeitschriften, irgendwelche Awards, die kein Mensch haben will. Er erinnert mich immer so ein bisschen an die Echo-Preis-Verleihung. Ähm. Ich weiß nicht. Ich nehm's mittlerweile halbwegs gelassen hin, aber deswegen heiße ich's noch lange nicht gut. Ehrlich gesagt störe ich mich sogar daran. Aber, immer dran denken, was will's so machen? Ja, was will man machen? Wir warten, bis die Spiele draußen sind, bevor man ihnen Beachtung schenkt. Zum Beispiel? Bevor man sie, bevor man sie kauft, vor allem. Ja. Und bevor man sie reviewt und den, äh, also, um komplett Konsequenz zu sein, muss man ein Arschloch sein, tatsächlich. Also, das heißt, selbst wenn man jetzt Early Access Spiel gut findet, ich hab schon sehr viel über Dead Cells geredet und sehr viele Streams über Dead Cells geguckt und, ne, hab schon gesagt, das Spiel ist gut, das lohnt jetzt schon das Geld und so weiter, ist eigentlich auch falsch. Man sollte tatsächlich wirklich komplett, also, finde ich jetzt, komplett den Hype weglassen, komplett die Schnauze halten über Early Access und erst darüber reden, wenn die Spiele fertig sind und draußen sind, weil dann kann keiner mehr sagen, äh, was kritisierst du das Spiel? Das ist noch Early Access, das wird noch besser. Das ist, nein, wird es nicht. Vielleicht drei Jahre nach Release würde es besser. Nach Release, das auch noch mal vier Jahre dauert, davon habe ich vergessen. Ja. Das heißt, deine Kinder können dann anfangen, das Spiel zu spielen, wenn es dann fertig ist. Das ist ein gutes Konzept, finde ich, das macht auch Sinn, produkttechnisch. Ja. Es hat tatsächlich eine Möglichkeit, ein Projekt zu finanzieren. Na ja. Hat Vor- und Nachteile. Ich glaube, das fasst es sehr gut zusammen. Momentan werden die Nachteile so ein bisschen exploited. Ja, es ist schade, weil ich finde, es ist ein gutes Konzept, Early Access, Kickstarter und so, aber es wird halt so viel Abuse, weißt du, und deswegen hat das so einen bitteren Beigeschmack. Und ich finde es geil, dass das heutzutage nicht mehr nur große Firmenspiele machen können, ne. Damals haben wir halt nur Triple-A-Titel quasi gehabt. Und da gab es nichts anderes. Indie-Games waren das Shareware oder sowas. Ich erinnere mich noch an die Shareware-Zeiten, wo man quasi das Spiel runterladen konnte. Und man brauchte nur einen Code, um das dann zu, um das dann freizuschalten. Also man hatte quasi alle Spielinhalte, ja. Und man musste nur irgendwie entweder einen Code kaufen oder einen Key-Generator runterladen. Und dann brauchte man sich noch nicht mal mehr irgendwas anderes runterladen. Das hat man heute wieder bei Triple-A-Titeln mit den Day-One-DLCs. Das ist auch Shareware, eigentlich nichts anderes. Man kauft sich Keys für Sachen, die teilweise tatsächlich schon auf deiner Festplatte sind. Richtig. Die einfach mit dem Spiel nicht... Also Shareware gibt es heute noch. Denk nicht, dass das tot ist. Das ist nur ein bisschen dreister und ein bisschen arschlochmäßiger verpackt. Da hat jemand das Etikett einfach überklebt. Da sieht man auch schon ein bisschen das alte Etikett darunter vor und blitzen. Gut, Wochenrückblick. Das Wort zum Sonntag. Ja. Fang mal an. Ich fang mal an. Steel Division Normandy 44 ist raus. Ein Spiel, auf das ich mich zusammen mit meinem Bruder gefreut habe. Es gehört in die gleiche Sparte wie European. Also Wargame, European Escalation. Es spielt sich auch tatsächlich ähnlich. Es findet Überraschung in der Normandy statt. Man hat die Auswahl zwischen verschiedenen Divisionen auf der Achsemächte-Seite und auf der Alliierten-Seite. Diese Divisionen haben tatsächlich alle in der Normandie gekämpft. Die haben auch tatsächlich Beschreibung bekommen und sind dementsprechend angepasst. Das heißt, man hat auf der einen Seite eine Art Infanteriedivision, die eher aus zu alten, zu jungen und freiwilligen, in Anführungszeichen, besteht. Aber man hat auch beispielsweise die Panzerlehrdivision, die viel gerühmte, die sich aus zwei Resten, sage ich mal, zusammengebildet hatte. Und am Ende Königstiger, Panther und alles aufs Feld gebracht hat, 1944. Ich bin begeistert, wie akkurat das Spiel geblieben ist. Auch sich, also einerseits historisch. Das ist etwas, damit hatte ich nicht gerechnet. Ich hatte eher damit gerechnet, so nach dem Motto, ja! Hier hast du jetzt so deine typischen Einheiten, ne? Bau mal deine Division. Nein, ist es tatsächlich nicht. Du musst deine Division auswählen. Es ist tatsächlich historisch akkurat. Also so in der Vergangenheit bereits geschehen, oder? Richtig. Du hast die Möglichkeit, diese Divisionen nochmal einzeln zu customisen. Das heißt, nehme ich jetzt besonders viele Panzergrenadiere mit oder lieber Osttruppen. Nehme ich Flugabwehr mit statt Artillerie. Nehme ich besonders viele Munitionswagen mit. Da hat man auch Flugzeuge beispielsweise. Kann man sich dazu holen. Wer Wargame, European Escalation gespielt hat, es ist ungefähr ähnlich. Aufgebaut. Das heißt, man holt die Flugzeuge von außerhalb. Was sich so ein bisschen geändert hat, ist, dass es keine Schiffe gibt. Die sind tatsächlich nur durch quasi Artillerie von außerhalb hinzurufbar. Und ja, aber dieses Custom Eisen reicht mir auch von den einzelnen Divisionen. Ich habe tatsächlich relativ schnell meine Lieblingsdivision rausgefunden. Das ist die dritte Panzergrenadierdivision. Die hat ein paar Panzer, aber eigentlich hat sie viel mehr gute Infanterie und Artillerie. Und tatsächlich auch einen Assflieger. Das finde ich auch sehr interessant. Du kannst tatsächlich überlegen, okay, nehme ich viele, in Anführungszeichen, viele Panzer mit. Zum Beispiel vier Panzer vier. Oder nehme ich nur einen Panzer vier Ass mit. Auch diese Möglichkeit wird einem geboten. Wo das Spiel richtig stark Hab hat, ist Micromanagement. Du musst alles babysitten. Du musst alles babysitten. Das ist anstrengend. Vor allem bei Globalstrategie. Es ist, wow. Also wenn ich acht Infanterie-Trupps habe und die alle einzeln steuern muss, weil die sonst zu blöd sind, eine Waldlichtung zu verteidigen, dann wird das irgendwann richtig grenzwertig. Oder wenn ich eine Artillerie-Einheit, sowas wie ein Nebelwerfer oder wie eine Hauwitzer-Kanone von den Alliierten, immer wieder explizit Befehle geben muss, was sie zu beschießen hat. Das ist irgendwann so. Ich habe das nicht. Ich habe das nicht einerseits realistisch an, aber andererseits auch nicht. Ich meine, es sind die Soldaten jetzt auch wirklich ausgewählt für den Kampf. Da hapert es dann an. Was machen die? Die hören Schüsse, es gibt Funksprüche. Egal. Sehr interessant fand ich tatsächlich Fluff-technisch. Also ich bin ja gerade schon ein bisschen darauf eingegangen, wie das vor dem Spiel ist. Auch im Spiel, muss ich sagen, ist das von der Stimmung her mega geil. Also hätte ich nicht mitgerechnet. Ich bin tatsächlich begeistert davon, wie die das umgesetzt haben. Es beginnt damit, dass noch vor Feinkontakt, man fährt auf die Front zu, Panzertruppen beispielsweise über Funk singen. Tatsächlich. Sowohl alliiert als auch Achsenmächte. Und innerhalb des Gefechts geht dann plötzlich die Scheiße los. Also wortwörtlich, da wird dann plötzlich ins Funk gebrüllt. Da hörst du dann plötzlich auch verzweifelte Männer, wie beispielsweise bei den Panzergrenadieren, die etwas sagen wie, ich will nach Hause, ich will raus, ihr lasst mich gehen! Und tatsächlich so, also die Synchronsprecher richtig, richtig geil. Also haben sich richtig Mühe gegeben. Kommt richtig Stimmung auf. Und ich habe auch jedes Mal das Verlangt, okay, du musst jetzt irgendwie die Panzergrenadiere entlasten. Du musst da jetzt Entsatzdruppen schicken. Das ist nicht so, dass ich irgendwie gefühlslos, das kennt man vielleicht aus anderem Strategiespiel. Das finde ich interessant, weil es gibt bestimmt Momente, da würde jeder kompetitive Programmer sagen, okay, ich scheiße auf die Panzergrenadiere. Da wird ein bisschen einfach dazwischen gepunkt dadurch, dass du halt wirklich einfach nur die Panzergrenadiere retten willst, weil sie gerade am Arsch sind. Richtig, tatsächlich. Das ist tatsächlich nice. Das ist vor allem interessant, wenn man mal nicht als gefühlslose Maschine minmaxen möchte. Also gerade für die, die wirklich auf Flair und wirklich auf Atmosphäre stehen, kann ich das Spiel tatsächlich empfehlen. Bei Key for Steam gibt es das momentan für 30 Euro statt 40. Es hat noch einige Macken, einige ziemlich herbe, zum Beispiel Panzereinheiten, die nicht ganz verstehen, wozu eine Straße dient und dann erstmal querfällt ein, ein bisschen umflügen. Die französischen Bauern würden es freuen. Oder Panzergrenadiere, die an der Waldlichtung stehen und sagen, das können wir nicht beschießen, wir haben keine Sichtlinie, weil ein Baum im Weg steht. Das ist auch ein bisschen grenzwertig. Ja, ansonsten, ich werde es weiterspielen, ich werde es vielleicht auch mal streamen, zusammen mit Dukluk. Mal schauen. Ansonsten, Hearts of Iron, die Kaiserreich-Mod, das große Was-wäre-Szenario. Ich möchte es ein bisschen abkürzen, weil Strategie-Genre komme ich später nochmal drauf zu sprechen. Ja, das ist auch im letzten Podcast schon über genau das. Aber es ist halt wirklich so gut, dass es aktuell bleibt. Ja, richtig. Und ich möchte nochmal erwähnen, Kaiserreich ist eine Mod. Und das Ding ist einfach so gut wie ein Erweiterungspack, tatsächlich. Von daher, League of Lego. Oh. Das Ranken habe ich mir mittlerweile abgewöhnt. Tatsächlich. Spielst du Normals, oder? Normals, ja. Im Großen und Ganzen. Wurde auch schon zu flex eingeladen, war zu langsam. Ähm. Was noch? Was noch, was noch, was noch? Ja, eigentlich war es das auch schon im Großen und Ganzen. Pen & Paper hast du gemacht, ganz viel. Ich sehe das auch als Gaming an. Ja, ich, ähm, meistere auf der einen Seite ein eigenes Pen & Paper-Szenario, aber ich bin auch Spieler. Ja, gespielt wurde, äh, gerade diese Woche Cthulhu. Einmal in den 1920ern und einmal in der Heute-Zeit. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ist ein atmosphärisches Pen & Paper, das viel Potenzial nach oben lässt. Und auch viel Ausgestaltungspotenzial. Cthulhu hat die Eigenschaft, ein Pen & Paper zu sein, wo man eben kein Held ist. Das wird jetzt, wenn er denn deutsch könnte, vor allem den How to be a great Game Master Channel aufregen. Weil jedes Pen & Paper laut seiner Meinung darauf ausgelegt ist, dass Helden da sind. Das ist bei Cthulhu nicht so. Aber das ist auch alles andere als schlimm. Cthulhu ist ein Horrorspiel. Ja, Cthulhu ist so ein bisschen, dass das Roguelike unter den Pen & Papers ist. Richtig, ist es. Da bist du nur drin, um zu überleben. A, das und B, es ist ein Horrorspiel. Wenn ich von vornherein weiß, ich bin der Held, ich gewinne, ich überlebe, dann kommt kein Horrorfeeling auf. Das funktioniert nicht. Dementsprechend, das passt. Es macht Spaß. Wir sind auch zweimal, eigentlich dreimal fast verreckt in einem Abenteuer. Und das ist schön, das so zu wissen und dann vor allem mal überlebt zu haben. So, oh, das war jetzt ein Abenteuer. Okay, Pause. Das ist jetzt nicht so, dass man sagt, ich muss jetzt unbedingt zum nächsten Abenteuer oder zur nächsten Geschichte. Sondern erst mal sacken lassen. Ja. Ja, das war wichtig. Gerade dann, um die Charaktere nochmal weiterzuentwickeln. Gerade da, ja. Und das war meine Woche. Auf die sich dann beim Spielen auch ziemlich viel. Hat Mero mit seinem Isaac den, eine Frage habe ich noch, behalten? Weil das fand ich ein, es ist mir aufgefallen, dass er es öfter gesagt hat, also eine Frage habe ich noch. Und dann hat er irgendeine Frage gestellt, die absolut, an die irgendwie keiner gedacht hat. Die auch ab, komplett ab vom, vom Thema ist. Ähm, ja. Das fand ich ist auch ein wichtiger, also, was heißt ein wichtiger, das ist mir aufgefallen als Character Quirk. Was, was ihm so ein bisschen Leben auch eingehaucht hat. Definitiv. Das ist, das hat er beibehalten. Nice. Ähm, lustigerweise hat er das beim Antagon, also bei einem Antagonisten der Geschichte auch so gebracht. Das war sehr lustig. Quasi an einem Tisch gesessen, sich Auge in Auge gegenüber, kurze Stille. Eine Frage habe ich dann noch. Herrlich. Herrlich. Er erinnert mich ein bisschen an, hier, wie hieß er, Columbo, genau. Ja. Der dann immer noch umdreht oder nochmal reinkommt. Es ist halt so ein typisches Detektiv, so eine Detektiv-Marke. Ja, aber es geht ja auch um Investigatoren, es geht ja um Detektive. Ähm, geht ja nicht um, wie bei DSA, um irgendwelche Ritter und irgendwelche Söldner, irgendwelche Gläubigen. Auch so ein Thema, über das ich mich ewig auslassen könnte, was Pen & Paper anbelangt. Ähm, gerade weil ich in meiner vergangenen Zeit, was Pen & Paper angeht, viele Game Master getroffen habe, die, sagen wir mal, in ihrer Welt sich sehr eingeschränkt sind und auch nicht mit sich diskutieren lassen. Das ist bei DSA besonders schlimm. Das ist, ähm, ja. Um es wertfrei zu sagen, es hat für Schwierigkeiten gesorgt. Ja. Da habe ich auch Erfahrung mitgemacht. Meine erste Erfahrung mit Pen & Paper war so eine. Aber davon ab. So. Was habe ich gemacht? Ich habe tatsächlich weniger gespielt, als, als geguckt. Ich habe, ähm, nochmal der, der Metal Gear Solid Reihe eine Chance gegeben. Aha. Tatsächlich. Ähm, dir hat die ja nicht so gefallen, weil du nicht so der, äh, der Stealth-Typ bist, ne? A, das und B, weil ich bei Animes regelmäßig meine Arschbacken zusammenkneifen muss, damit ich das weiter ertrage. Also, also ist dir tatsächlich auch die Story und die Aufmachung zu extrem, ja? Es ist, es ist mir persönlich zu extrem. Ich halte es nicht aus. Als ich bei Metal Gear Solid, ich glaube, zwei war das auf dem Tanker, wo du dem Metal Gear begegnest, äh, oh, ich dachte mir erst mal, boah, geil, da können ja bestimmt, das müssten so fünf Leute steuern. Ne, da sitzt einer drin. Was? Wie? Hä? Ja, es ist, es ist tatsächlich eher, eher Anime und ein bisschen sehr... Es wird sich auch keine Mühe gemacht zu erklären und wenn es erklärt wird, ist es kompletter Schwachsinn. Also, Entschuldigung, wenn ich das so klar benenne, aber ich komme, ich komme aus dem Battletech-Universum. Das spielt im Jahre 3000. Da hat die Menschheit das Solarsystem, äh, nicht nur Solarsystem, sondern auch die Milchstraße weitestgehend besiedelt. Ohne Aliens. Das geht auch. Und, ähm, da wird wirklich von Anfang bis Ende erklärt, wie so ein Battle-Mech funktioniert. Ja. Und wenn du das einmal miterlebt hast und wenn du da einmal gedacht hast, so, wow, das klingt sogar relativ denkbar, so in 1000 Jahren. Und dann ist alles andere, wenn es dann heißt, so, wir haben 2012, Afghanistan, Krieg, dann ist das für mich einfach nur anstrengend. Ja, Metal Gear ist halt nicht so mit Funktionsweise erklärt, sondern eher so, ja, drücke X, um in Metal Gear zu steigen, drück deinen Analog-Stick, um nach vorne zu gehen, drücke den Knopf, um zu schießen auf deinem Controller. Die geben da wirklich keinen Fick drauf. Aber es ging halt auch mehr um die Charaktere, finde ich. Und ich wollte dir tatsächlich Metal Gear Solid 4, äh, empfehlen, weil du hast bei MGS 5 schon gesagt, du willst Rambo gehen, aber du kannst nicht. Ja, ich wollte Rambo gehen. Aber es, 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 es ging nicht und es war irgendwie scheiße, ja. In MGS 4, also ich hab ein komplettes Playthrough gesehen, also ich hab es tatsächlich nicht selber gespielt, äh, von, von Weizklaus, von, von Winnie, hab ich mal nach, nachgeholt. Und er ist der absolute Stealth-Großmaster, ne. Also, er ist, er ist richtig, richtig scheiße im Stealth. Und er hat sich auch überhaupt nicht darum gekümmert. Und in Metal Gear Solid 4 geht es tatsächlich, weil es gibt, äh, also 50 wie so Action-Sequenzen, wo du mit dem Motorrad rumfährst oder in Metal Gear steigst und anderen Metal Gear in die Fresse haust, äh, wo laut, wo sauviele Gegner kommen und so weiter. Und, äh, es gibt extrem viele Waffen. Jede, jede dieser Waffen kannst du modden, äh, mit, mit, weiß ich nicht, mit Silencern, mit anderen, mit, 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 mit Scopes. Oh. Oder, oder, oder ein fucking Shotgun-Attachment, wo du einfach mal einen Shotgun noch an deiner Sniper-Rifle dran hast. Das ist auch so weit. Wenn du keine Munition mehr hast, gehst du ins, äh, drückst du Start, gehst du ins Menü, äh, kaufst dir Munition. Easy. Jede, jede doppelte Waffe, die du findest, wird automatisch verkauft. Also, du hast quasi unendlich Munition. Und, ja, Winnie, Winnie hat's immer versucht zu stealthen, wurde dann erwischt, hat gesagt, fuck it, Shotgun ausgepackt, alle kaputt geschossen, richtig Rambo gegangen und es hat einfach mal funktioniert. Das ist mir aufgefallen an Metal Gear Solid 4. Es ist absolut kein Problem, wenn du, wenn du nichts mit Stealth zu tun haben willst, kannst du das Spiel locker und easy durchspielen. Meistens sogar einfacher. Sehr schön. Und, wenn du non-lethal mit Bossen gehst, kriegst du halt irgendwelche Collectible, äh, Items. Wenn du alles non-lethal machst, kriegst du eine OP-Waffe. Aber die ist dann auch nicht mehr non-lethal, also, ja, ist relativ witzlos. Die Story war geil, wer wirklich Solid Snake mochte, also den von Metal Gear Solid 1, ja, und, äh, Liquid Snake und alles mögliche, gibt dem Ganzen ein extrem gutes Ende dieser ganzen Story, äh, ist auch, glaube ich, das Ende der Timeline. Danach kam nur Rising Revengeance, das ja wirklich, äh, eher so wie, wie Bayonetta ist, weil es von Platinum Games gemacht wurde. Ja. Und der Endkampf, also ich, ich muss sagen, für das Playstation 3 Spiel, und da kam Final Fantasy nicht ran, bei den Animationen, bei der allgemeinen Grafik, bei der Überbringung dieses Endkampfs, ne, Zitat von Winnie war, I, 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 I have never had such fun not playing a Videogame. Weil der Endkampf ist 50% Cutscenes, das stört aber nicht, weil dieser uralte, ne, alte Opa, Solid Snake, gegen, gegen, äh, Liquid Ocelot kämpft. Und die hauen sich so gegenseitig zu Brei, und dann merkt man irgendwann, dass beide diesen Kampf wollen, und dann hocken die da rum, und sind vollkommen aus der Puste, haben auch noch diese Steroidspritze, ne, Also eigentlich sind das ja nur noch laufende Zombies, die sind nur auf Steroiden, deswegen lebt die noch, und hauen sie auf die Fresse. Gucken sich an, geben sich gegenseitig diese Spritze, und dann geht der Kampf los, und dann geht der Nostalgie-Flash los, weil die ganze Musik aus den alten Spielen läuft, und so. Also es ist halt für Fans, ne, Cruton würde mir extrem zustimmen, bei allem, was ich jetzt hier sage. Und, es wäre so, okay, jetzt habe ich gesehen, die Story, oder, du hast mir gesagt, die Story an sich, und die Aufmachung, dieses, dieses überzogene, übertriebene, ist nicht wirklich was für dich. Aber, wenn du Metal Gear nochmal eine Chance geben willst, oder so, empfehle ich dir tatsächlich Metal Gear Solid 4. Es wäre für dich das Beste aus der, aus der Reihe. Ich überlege es mir. Ich überlege es mir tatsächlich. Der Endkampf ist es wert, er ist wirklich ein sehr geiles Motion Capturing, und einfach ewig, also von der, von der, von der, Story her. Ja. Also ich muss gerade mal, ich muss gerade mal kurz erwähnen, die Maximum Break Kanäle laufen heiß, ich kriege per WhatsApp, per Facebook, äh, per, ähm, Discord, per Nachrichten. Also nicht wundern, wenn ich nebenbei tippe. Die Maximum Break Kanäle laufen heiß. Was ist hier los? Bin ich gar nicht gewohnt. Ähm, ja, also ich sag's mal so, ich schreibe generell keine Spiele ab, zumindest nicht prinzipiell. Nur weil ein Teil, Spielteil scheiße ist, heißt das nicht, dass die ganze Spielreihe versagt, in meinen Augen. Ähm, ich war zum Beispiel sehr positiv begeistert von Metal Gear Rising Revengeance. Ähm, nicht wegen, ähm, Raiden heißt der, glaube ich, also dem Protagonisten auf jeden Fall. Ja, Raiden, Raiden. Nicht wegen ihm, sondern wegen all den anderen Bosscharakteren, weil da so viel Liebe reingesteckt wurde, wo ich gesagt hab, so, das gefällt mir tatsächlich. Das ist, also, ähm... Aber die war schon immer gut in, 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 in Bosse gestalten und die, und die Story hinter den Bossen, ne? Das ist keine riesige Charakterart, sondern, sondern, du triffst quasi den, den Boss, irgendwie, ein, zwei Spielstunden davor, ein bisschen Exposition, bisschen Lead-Up zu dem Boss, der wird ein paar Mal erwähnt. Und dann triffst du den Boss, der hat ne geile Geschichte, dann killst du ihn, und dann, dann hat er nochmal eine extrem dramatische Todessequenz, wo er rumlabert ohne Ende, dann ist er tot, nächster Boss. Finde ich gut. Aber Entschuldigung, dass ich dich unterbroche. Nein, alles gut. Also, ähm, es ist, finde ich auch so, es hat mich so ein bisschen an No More Heroes erinnert. Mhm, ja, tatsächlich. Dass das einfach von der Kategorie her ist, also, ich sag mal, so vom, vom, ähm, Geschriebenen her, vom Plot und von der Story her, dass man einfach sagt, so, okay, es ist wirklich, ähm, wir machen die wirklich einzigartig in dem, in, in, in irgendeiner Kategorie, irgendetwas, wo sie wirklich rausstechen, sag ich mal. Ja. Wo sie wirklich großartig sind, aber es kommt trotzdem noch jemand danach. Es geht immer noch weiter. Und, nur weil man diesen Boss besiegt, da schmeiße ich vor lauter Ekstase meine Maus weg, ähm, nur weil man jemanden besiegt, ist der nicht aus den Augen aus dem Sinn, sondern man denkt da noch lange danach. Und das finde ich sehr schön, weil das ist tatsächlich ein Design, ähm, oder sagen wir mal ein Designkonzept, daran könnte ich mich gewöhnen. Das ist tatsächlich etwas, da habe ich sehr viel Spaß dran. Ja, Charaktere, vor allem, wenn die, wenn die Charaktere ans Licht, ins Licht gerückt werden, äh, werden, vor allem auch so dramatische Charaktere, wie es Bosse eben meistens sind, ne. Richtig. Hallo, Drache. Ähm. Dementsprechend, ja, Metal Gear Solid 4 werde ich eine Chance geben. Bestimmt, also nicht sofort, aber, das kommt, die Sache rollt. Und, wenn du dir in den Winnie Stream anguckst, dann musst du es nicht selber spielen, dann kannst du quasi in eine Idee gucken. Da weiß ich noch nicht, ob ich das möchte. Überlege ich mir noch. Ähm, ja. So, das war eine Sache, die ich gemacht habe. Dann habe ich, dann habe ich so ein kleines Projekt gestartet, einfach nur, um zu gucken, ob ich es durchhalte. Und dieses Projekt, es ist Runescape. Aha. Kennst du Runescape, sagt dir das was? Ich, ich sag einfach mal nein. Das sagt mir nichts. Was ist das? Es ist, so, so ziemlich nach Ultima Online, das älteste, äh, MMORPG, das es gibt. Also, das älteste Bekannte, ne. Also, es ist verdammt alt. Und das, das hatte ich jetzt letztens sein 15-jähriges Jubiläum. Und da ist mir auf YouTube einfach so über den Weg gelaufen, eine Dokumentation über Rootscape. Mhm. Ähm, Grafik ist nicht so geil, weil es halt wirklich klassisch gehalten ist. Es wurde ein bisschen besser gemacht, aber es, es wird, äh, im Browser tatsächlich gespielt. Aha. Ähm, aber die Grafik hat einen Stil, anders als Standard, äh, Free-to-Play-MMOs. Und da wurde sehr, sehr viel Liebe reingesteckt. Quests sind, also, es ist wirklich für viele, äh, Leute, die damals nicht WoW gespielt haben, das Go-To-MMO. Und steht auch im Guinness-Buch der Rekorde als, ähm, na, beliebtestes Free-to-Play-MMO-RPG. Okay. Ich hab's vor zwei Jahren versucht mal anzuspielen, hab mir neuen Charakter gemacht. Nur, da war's noch ein bisschen sehr rough, wie die das, wie die das gemacht haben mit dem Bezahlsystem. Der Chat beteiligt sich übrigens. Ich empfehle, einen Blick drauf zu werfen nebenbei. Ich hör dir zu. Hahaha. Äh, ich hab's vor zehn Jahren mal gespielt. Welche Grafik. Tatsächlich jetzt ein bisschen, ne? Hahaha. Hahaha. Klicken, fünf Sekunden warten, dann erst reagieren. Ja, äh, da, da komm ich gleich noch drauf, drauf zurück. Ja, auf jeden Fall, äh, verstehe ich jetzt diese ganzen Praktiken, die ich vor drei Jahren sinnlos fand. Weil, erstens hab ich festgestellt, man kann nur auf bestimmte Server als, äh, Free-to-Play-Spieler, ja? Das war schon mal in, in Ordnung, ne? Dann hab ich irgendwo, äh, eine Dreiviertelstunde gespielt. Also, das war jetzt vor ein paar Jahren. Äh, eine Dreiviertelstunde gespielt, Tutorial-Quests gemacht, ne? Zwischendurch gemerkt, dass man als Free-to-Play-Spieler ja nicht mit anderen Spielern handeln kann. Okay. Okay. Ähm, äh, paar Tutorials gemacht. Dann hab ich als Quest-Belohnung von einer Tutorial-Quest ein Cape bekommen. Wollte dieses Cape anlegen. Das Spiel hat mich dieses Cape nicht anlegen gelassen. Ich brauch Premium für dieses Cape. Hahaha. Bei einer Tutorial-Quest. Okay, da hab ich gleich gedacht, okay. Viele von, von, von Anfang an, äh, also ist, RuneScape war von Anfang an ein, äh, ein Pay-to-Play-Spiel, ne? Also ein, äh, ein Abonnement-Spiel. Erstens hab ich nicht verstanden, warum es jetzt so viele Free-to-Play-MMOs gibt, die, äh, die, die sowas, die solche extremen Freemium-Praktiken, äh, macht, äh, nicht machen. Ja, bitte, Benjamin, tu das. Ich mach das auch nebenbei. Nice. Dankeschön. Krass, wir sind hier auf einem Viewer-Peak, mittlerweile. Ja, wir waren zwischenzeitlich auf, auf sieben. Ich, 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 ich weiß noch nicht, ob ich das gut finde. Hahaha. Ja, das setzt einen unter Druck, so eine hohe, so eine große Audience. Ähm. Ja, äh, jetzt, jetzt hab ich aber diese Doku gesehen und die hat mir, ja, ähm, die haben halt wirklich die Entwickler gezeigt und die ganze Geschichte, wie RuneScape entstanden ist, von damals bis heute, was in RuneScape alles passiert ist. Also ich hab mich wirklich anderthalb Stunden mithilfe dieser Doku tatsächlich mit RuneScape auseinandergesetzt und weiß, warum diese ganzen, äh, Pay-to-Play-Praktiken drin sind. Denn RuneScape ist tatsächlich unter den aktiven Spielern bekannt als, äh, ein MMORPG mit extrem wenig Bottern und Goldsellern. Aha. Da, 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 die haben tatsächlich eine Strategie entwickelt, wie sie es geschafft haben, Bots zu besiegen und, äh, die ganzen Goldseller zu, zu besiegen. Ja. Du kannst nämlich jetzt, ähm, als Free-to-Play-Spieler anfangen zu spielen, Geld machen. Es gibt auch genug Content, ich hab geguckt und, äh, ich habe kein Cape mehr bekommen. So, diese, diese Freemium-Sachen, die man nur als Member anwählen kann, die kriegt man jetzt nur noch, äh, zufällig aus Kisten, die man, äh, also, aus Microtransaction-Kisten und so. Ja. Und es, es stört, äh, tatsächlich nicht. Du kannst auch viele Skills nur anwenden, wenn du Member bist und so weiter. Aber das ist halt, ne, du musst dir vorstellen, du, du kommst erst Level, Level, was, Level, was auch immer. Und dann schaltest du die Skills frei und bis dahin, wenn du, wenn du das dann noch spielst, gefällt dir das Spiel so, äh, dass du halt auch genauso gut, äh, dir Premium holen kannst. Aber jetzt kommt der Clou, ne, du kannst dir sogenannte Bonds kaufen. Das sind In-Game-Items, die du dir, äh, für 6 Euro oder so kaufst. Ach du meine Güte. Die, die kannst du einlösen gegen, äh, 14 Tage oder wenn du 3 Bonds hast, äh, gegen 4, 3 Monate, Premium-Membership. Aha. Und diese Bonds sind handelbar im Spiel. Auch für Free-to-Play-Member. Das heißt, du musst dir einmal nur so 10 bis 15 Millionen durchs Spielen machen. Und da gibt es, äh, wenn du wirklich schnell sein willst, auch, äh, auch gute Strategien, äh, auf YouTube, äh, wie man als Free-to-Play-Member schnell Geld macht, um an einen Bond zu kommen, ne. Das heißt, du spielst lang genug, dann kaufst du irgendeinem Spieler dieses, äh, dieses Bond ab und dann bist du Premium für 14 Tage. Und in diesen 14 Tagen kannst du locker wieder genug Geld machen, weil du dann an den, an den richtigen Late-Game-Content kommst. Und an den ganzen Content, den du vorher nicht hattest. Das heißt, du erspielst dir den Content quasi. Und wirst belohnt dafür, dass du spielst. Und du musst theoretisch kein bisschen Geld ausgeben, äh, um ein Premium-Member zu sein. Und das fand ich sehr, sehr gut. Weil, das ist, das schlägt so viele Fliegen mit einer Klappe. Weil, du kannst als Dedicated-Rune-Scape-Spieler, und selbst wenn du kein Geld hast, kannst du Premium sein. Ähm, die Goldseller, ähm, die Goldseller, na, Economy. Warum hab ich nicht einmal Wirtschaft gesagt? Stattdessen hab ich nach dem englischen Wort erstmal gesucht. Economy Class. Die wird kontrolliert von den Machern. Ich weiß jetzt gar nicht, ich weiß jetzt. Ich weiß jetzt nicht. Wie heißt die Firma? Egal, die wird von denen kontrolliert. Deswegen gibt es keine Goldseller, weil die diktieren den Preis. Für In-Game-Gold. Du kannst es nicht billiger verkaufen, weil, ne? Minko, sag mal hallo. Die haben die Goldseller-Community komplett in der Hand. Economy. Und deswegen gibt es so wenig Bots. Das war damals mit den ganzen China-Farmern extrem in Runescape. Ja. Ja, äh, und find ich ganz gut. Und mein Projekt ist es jetzt tatsächlich, Runescape zu spielen und zu gucken, wie lang ich brauche, oder ob ich es wirklich durchhalte und ob der Free-to-Play-Content gut genug ist. Ob ich als absoluter, äh, äh, MMO, ne, äh... No-Lifer, das ist das Wort, was du suchst. Nee, ich bin ja kein No-Lifer. Ich verliere sehr, sehr schnell die Geduld mit MMOs. Aha. Ja, und ich würde mir jetzt tatsächlich vornehmen, das zu spielen, zu gucken, ob ich es durchhalte, den Premium-Content zu erreichen, ohne Geld auszugeben. Also, ich sag's mal so, ich bin mal gespannt auf dein Ergebnis, weil bislang teile ich die Meinung der Zuschauerschaft. Ich bin da nicht wirklich begeistert von dem ganzen System. Das klingt eher so, als wenn man auf Biegen und Brechen noch den In-Game-Shop sich bewahren und unbedingt ein paar Euronen aus den Kunden rauskratzen. Und weil man festgestellt hat, dass das Abonnement-System nicht funktioniert oder nicht mehr funktioniert, aufgrund der Konkurrenz, geht man jetzt halt über im... Ja, brauchst du halt Premium-Content, ne? Kannst du aber auch für In-Game-Geld tauschen. Wenn das halt wer anbietet, so. Ja. Schade. Also bis jetzt ist es wirklich... Also sie updaten es immer noch jede Woche, fügen Content ein und die Quests sind mit Liebe geschrieben und alles so. Aber die Technik, ich weiß nicht. Also... Manche... Also den ersten Boss, das ist so ein Kraken. Ja. Man geht so eine Höhle runter in so ein Dorf und dann killt man den Kraken in einem Multi-Stage-Boss-Fight. Und der war so konzipiert wie ein Path-of-Exile-Boss. Also der mit... Du musst tatsächlich Angriffen ausweichen, indem du dich auf der Map bewegst. Und die Angriffe werden telegraphed und so weiter. Sieht alles ziemlich ambitious aus. Das Problem, ich habe 50er Ping, ja? Und trotzdem klicke ich auf ein... Klicke ich auf ein Feld oder auf einen Ort, um auszuweichen. Und warte erstmal anderthalb Sekunden und dreh Däumchen, bis der sich... Oh Gott. Und weil der so viel Damage macht, weil der mir die Hälfte des Lebens mit diesem Angriff abgezogen hat, war ich natürlich ein bisschen gestresst, ne? Deswegen habe ich gespam-klickt, ne? Und bin dann in andere Attacks gelaufen, ne? In Path-of-Exile wäre der Boss easy gewesen. Aber nicht in Runescape mit dem echt... Mit dieser echt veralteten Technik. Und jetzt muss ich noch gucken, wie die nächsten Bosse ausfallen. Und, ne, ob ich irgendwie möglichst schnell eine gute Min-Max-Strategie konzipieren kann. Um vieles dieser Geschicklichkeits-Momente, um viele dieser Geschicklichkeits-Challenges einfach zu umgehen. Dadurch, dass ich die halt wegtanke oder one-hitte, eins von beiden. Ja, Gameplay ist extrem veraltet. Aber bis jetzt bin ich noch gehuckt, einfach von dieser Größe der Spielwelt. Und dadurch, dass es halt auch sauviel zu machen gibt. Und es sieht sehr konvolutet aus. Also ziemlich breit gefächert von den Game-Mechaniken her. Viele sehen auch useless aus. Man hat also so irgendwie 30 Skills, so geschätzt, die man auf 99 leveln kann. Und dadurch, dass man sie ausübt, lauter Crafting-Skills und alles mögliche. Und, ja... Hm. Was mich einerseits wirklich interessiert, aber andererseits dann auch wieder abschreckt. Weil ich verliere schnell die Geduld bei so einer Sache, ne. Aber, ähm... Ja, diese Doku hat diese Entwickler für mich so sympathisch gemacht. Deswegen habe ich irgendwie gesagt, ja, okay, ich gebe dem Spiel mal eine Chance. Und die haben auch gesagt, die Community ist noch so ziemlich oldschool. Also es gibt tatsächlich noch so diese typischen, äh, ja, so, in Anführungszeichen, Girl-Gamer-Faker. Alles, alles, was es damals gab, soll es heute noch in RuneScape geben. Ich habe so ein ein Monate altes Video geguckt, die so, die so, ja, so, The Seven Sins of RuneScape und so, ja. Eine der sieben Sünden ist, seinen Namen zu nehmen und XXX dabei zu setzen. Und ich so, boah. Und eine andere Sünde ist, Level, äh, 90 zu kommen in einem Skill und dann schon eine Party zu machen. Und dann, und das... Und weißt du, diese ganzen Community-Sachen, die Community-Geschichten, äh, zum Beispiel ein Mod sein wollen, ne. Also so, sich für die Community so hart einsetzen, dass es, dass es auffällt, äh, dass man eigentlich nur an Macht kommen will und ein, und ein, äh, Moderator werden will. Solche Sachen, die ich damals so in MapleStory hatte und diese ganzen Gilden-Sachen, also entweder, die bilden sich das ein, dass das alles noch ist, oder das Wunsch, Wunschdenken aus Nostalgie. Weil RuneScape ist wirklich ein einziges Nostalgie-Fest. Oder ist es tatsächlich noch so? Und vielleicht erreiche ich tatsächlich diesen Punkt, um das rauszufinden. Die sind alle auf LSD. Mal gucken, ganz klar. Benjamin hat eine Frage. Wer hat denn die Doku bezahlt? Irgendjemand muss dir einen Auftrag gegeben haben. Gute Frage, ne? Also, die RuneScape-Dokumentary ist vom RuneScape-Channel tatsächlich. Ähm, ich weiß aber nicht, ob die die selber finanziert haben und selber gemacht haben. Ja, natürlich auch interessant. So wie es denn, aber gut. Sei es wie sei. Die haben auch viele so, also es gibt ja dieses Rune-Fest, das ist so ungefähr wie das Tank-Fest oder Mein-Fest, das Minecraft-Fest, wo sich die ganzen Fans treffen. Ach du meine Güte. Die haben da lauter, lauter Cosplayer gezeigt und es sah halt so richtig Hype aus, als wäre das Spiel heutzutage immer noch so Hochkultur, weißt du? Und ziemlich viele weibliche Cosplayer, die sagen, RuneScape ist geil. Und die haben auch ein paar gezeigt, dass er sich über RuneScape kennengelernt hat und jetzt ein Kind hat und so. Und Anekdoten gesagt hat, wie sie in RuneScape so Sachen. Oder Vater-Sohn-Geschichte. Vater-Sohn-Geschichte, wie die Fan-Mail einen Brief von einem Kind gekriegt hat, an der sich gefreut hat, dass sie Fishing eingefügt haben, weil der Vater irgendwie im Ausland gearbeitet hat und damals hat er immer mit seinem Vater gefischt. Und jetzt haben sie in RuneScape Fishing eingefügt. Und das Kind hat sich gefreut, dass er wieder mit dem Vater fischen konnte. Ja, unser Spiel hat auch wirklich Leben verändert und so weiter. Also es ist tatsächlich, es ist mir bewusst, dass diese Dokumentation Werbung ist, ja. Aber trotzdem hat sie, hat sie die Entwickler, ne, die sind sympathisch rübergekommen bei mir, ne. Weil es auch tatsächlich, die sehen halt auch aus wie Nerds und so weiter. Und, äh, ne. Was wir mal machen können, ist, du könntest den Link am Ende des Podcasts mal teilen mit dem Chat. Ja, zur, zur, zur Doku. Genau. Ja. Also RuneScape Documentary kann man eingeben bei, äh, bei YouTube und, äh, kommt von als erstes. Also ist nicht schwer zu finden. Okay. Das war RuneScape. Ja, also ich, ich, ich melde mich zurück spätestens, wenn ich halt einfach aufhöre mit dem Spiel, weil ich, weil ich nicht geduldig genug bin. Äh, so. Ja, ansonsten, League of Legends, ich hab mich mit einem sehr alten Duo-Cube-Partner wieder zusammengetan, der jetzt einen Italiener, äh, seinen Account abgekauft hat. Hahaha. Er hat schon wieder vier Accounts verfeuert. Hahaha. Ich, ich, ich hab ihm gesagt, ja, du musst dir halt einmal vorstellen, ne, äh, dass er immer diese Hand, diese italienische Handgeste macht, bei allem, bei allem, was er sagt. Dann denken die, du bist, dann denken die, du, du, du hast einmal italienisches Temperament und reporten dich nicht sofort dafür, dass du deinen Jungler mal wieder, äh, kritisierst, ne? Kritisieren nennt er das. Ja, er, er fragt immer den, den Jungler mehrmals nach Hilfe, ja. Und dann kriegt er die Hilfe nicht. Und dann fängt er sehr, sehr schnell an, ihn useless Trash zu nennen. Hahaha. Aber, aber, er, er, er kriegt dann zurück, dass er seinen, seinen Kopf in Eiswasser stecken und sich selber im Eiswasser ertrinken soll, ja. Hahaha. Hahaha. Und klar, er skaliert das dann immer ganz schnell. Ja, ich hab ihm sogar, ne, äh, ich hab ihn dann wieder getroffen und ich wollte unbedingt mal wieder mit dem Spiel, weil er ist, er ist ein sehr guter Spieler. Er, er geht immer gefieldet raus, er geht immer irgendwie 15-3 und er versucht immer zu gewinnen. Das Problem ist, er tiltet immer alle anderen. Hahaha. Er tiltet immer alle anderen. Ich wollte wieder mit, mit, mit ihm spielen vor ein paar Monaten, äh, hab ihm dann tatsächlich meinen Smurf-Account gegeben, den, den Gidon 145-Account. Ja. Ja. Anderthalb Wochen hat er gehalten, da war der Gip Permaband. Dann hat er versucht, neue Accounts hochzuziehen, ne? Äh, äh, auch bei Normal Gays ist es dann natürlich, äh, und er will wirklich nur Ranked Games spielen. Es geht ihm nur darum, wieder, äh, wieder Diamond zu kommen, weil er war tatsächlich mal Diamond-Spieler, ja? Aha. Jetzt hängt er bei mir auf Silber um. Hahaha. Ja, und jetzt, jetzt hat er einen Account gekauft, mit seinem Main, wo komm, der heißt, guck ihn jetzt zu 98! Hahaha. Und, 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 und das, und das erste, was er mir gesagt hat, was, aber den Namen muss ich unbedingt ändern, was ist das für ein Name? Ich bin doch kein italienisches Kind, ich bin doch keine 19! Hahaha. Hahaha. Ich hab' doch, bist du! Hahaha. Also, ich hab', ich hab' Spaß damit, weil, die Chats, die da nahe ablaufen, ne? Alter Schwede! Wahrscheinlich wirklich Geschichten für das Götterpakt, ja. Ja, das sind wirklich, das sind wirklich Geschichten, so. Das ist so ne On-Off-Beziehung, äh, die seit Jahren schon laufen mit ihm. Das ist wirklich der einzige Flamer, den ich respektiere. äh, also wirklich respektiere, weil er immer aus dem Grund flägt und immer anfängt, äh, mit, ne, Sachen, die wirklich Sinn ergeben. Hahaha. Und die Sachen, die er sagt, sind einfach wahr. Und meistens auch halt wirklich Gameplay-technisch. Ja, äh, jetzt bin ich fast in der Grund. Ja. Ja, ja, ja. Ein bisschen fehlt noch, ein bisschen fehlt noch. Aber es ist halt wirklich, äh, mit dem habe ich solche, solche, solche Tage, da fange ich um 22 Uhr an mit ihm zu spielen und höre um 5, 6 Uhr morgens auf. Boah. Wir ranken halt durch. Hm. Das ist wirklich, ne, äh, ich stachel, ja, so, ich bin sein, sein, ne, sein, ne, sein Young. Was ist sein Jack? Quatsch halt, dass er gebannt wird. Ja. Und, und er stachelt mich halt wirklich an, äh, aktiv rank zu spielen. Ja. Und sagt auch sofort, weißt du, ich hab, äh, ich hab es mit, mit Annie versucht, mit, mit Annie, äh, ein bisschen, ein bisschen gewonnen, ein bisschen verloren, aber er hat gesehen, Mensch, du bist inconsistent mit Annie. Und, äh, hat mir dann aufgezählt, was die Probleme mit Annie sind, dass sie zu wenig Range hat, dass man den Stun aufladen muss, ne, und genau die Gründe, warum ich inconsistent mit Annie bin, ne. Hm. Versuch's doch mal mit Morgana, du hast gut Morgana gespielt. Habe ich ein paar Spiele Morgana gespielt. Ja, dann habe ich irgendwann selber gemerkt, dass ich einfach auf der Midlane nicht gut bin. Hm. Dann habe ich Miss Fortune gespielt, auf der Bottomlane, ja. Dann haben wir entweder rasiert oder verloren. Also entweder richtig rasiert oder richtig verloren. Ne, das kannst du auch nicht machen, ne. Währenddessen konnte ich halt nichts über ihn sagen, weil er immer 15-3 gegangen ist und immer alles kaputt geschlagen hat, ja. Ich wusste halt wirklich, wenn wir verloren haben, dann war das wegen mir, ne. Ja, jetzt habe ich gesagt, ne, komm, ich muss, ich kann dich nicht Toplane lassen. Weil egal, wo ich hingehe, ich bin nicht so erfahren wie in der Toplane. Entweder ich spiele Garen oder Orgon auf der Toplane oder ich ziehe uns beide runter, ja. Ich spiele einfach Wukong Mitte, ich spiele Garen auf Toplane. Alter, was wir schon gerissen haben, Junge, ne. Im fucking 3 gegen 5 haben wir die noch so richtig humiliated, Junge. Wir sind immer nur zu zweit dann rumgelaufen in irgendein Busch und dann hat einer Spooky Ghost dieses blaue Trinkel, dieses blaue Item, Support Item angemacht, ne. Und ich so, okay, ich muss rennen. Komplett ohne Kommunikation. Er ist im Busch stehen geblieben. Ich bin weggerannt vor dem Spooky Ghost weg. Die Spooky Ghost poppen. Er hat nur den Wukong gesehen. Master Yi rennt los. Ich renne zurück in den Busch. Bumm! In einer Sekunde war er tot. Storm Raiders progt. Wir rennen sofort weiter. Killen 3, 4 Leute. Wir hätten das echt noch fast gewonnen. Wir haben halt einfach so nach vorne geprescht und immer alles dem Überraschungsmoment ausgenutzt. dass er bis dahin einfach ist Split Push haben. Da konnte man zu dritt gegen fünf nicht mehr machen, ne? Das ist richtig. das ist wirklich, eine Gamer-Beziehung. Es kommt nie zu. Das geht für mich jetzt. Hier. Das ist ein paar Jahre alt. Finde ich gut. Auch so eine Gamer-Beziehung. Die hat man nicht oft. Warum kommst du nicht? Hast du sie schon mal verkehrt, auf eine Snowball? Am coolsten ist immer Top-Lane, ne? Wenn er denkt, ich hab Probleme Top-Lane als Garen und wenn er mit Level 6 romen kommen will. Das ist dreimal passiert. Ich hab ihn kommen sehen, den River entlang auf die Top-Lane und er hat mir gedacht, alles klar, jetzt kann's losgehen. Wenn ich den Gegner jetzt nicht kaputt schlage, dann wird er so low sein, dass halt, ne, Skook nicht so einfach kommt und ihm den Rest gibt, ne? Also renn ich los, volles Brett, Flash rein, Ignite, mach ihn mit einer Combo kaputt, alleine, dann halt so, ne? Er hat mir halt nur den Moral-Boost gegeben, ne? Und ich so, thanks for the Moral-Boost. Und er so, I've wasted my time with you again! Can't you wait six seconds? Und ich so, no. Na! So schön, also ich kann, ich kann sehr viele Anekdoten erzählen, aber ich möchte, dass es weitergehen wird. Das war ein ziemlich langer Wochenrückblick heute schon. Ja, aber das ist ja auch mal... Ansonsten hab ich nur ganz viele Animes geguckt. Ich habe eigentlich, ich habe die bisherigen acht Folgen eines Animes geguckt, den ich ziemlich geil fand. Da werden, da werden Anime- und Game-Charaktere real und treffen ihre, ihre Erschaffer. Ja, und es gibt sehr viele Konflikte und so weiter, weil, weil sich die Erschaffer ihres, die kriegen alle natürlich, die kriegen natürlich alle mit, dass sie Götter sind und ziemlich beschissene Welten für diese plötzlich realen Charaktere erschaffen haben. Ganz nice. Und ich hab, wenn jetzt auf der Mitte, am selben Tag habe ich noch eine Staffel eines anderen Animes gesehen. und bin jetzt auf der Mitte der zweiten Staffel, nennt sich Boku no Hero Academia. Das ist ein, das ist ein, das ist ein, das ist ein Szenario, das ist genau für mich, weil das ist eine Welt, die in der Moderne spielt, aber irgendwann sind ja alle montiert und heutzutage sind 80% aller Leute haben irgendwelche Superkräfte. Also es ist wirklich fast jeder irgendein Superheld. Ja und die, das ist wirklich, das ist wirklich cool. Der Protagonist ist natürlich einer, der gar keine Heldenkräfte hat, ein Normalo, aber trotzdem vorne mitspielt, weil er einfach übel geil ist. Ja. Macht Spaß, ist schöner Shonen-Anime. Gut. Das war's von mir. 147% Viabu, Ladies and Gentlemen. Ja das ist so, ich hab so ne Hassliebe zu Anime. Minka überlegt doch, ob sie der Webcam Beachtung schickt oder nicht. Lieber rausgucken. kenne deinen Feind. Kenne deinen Feind. Wir kommen mal zum Thema, das du vorgeschlagen hast. Das ist etwas, das wird den Drachen vor allem interessieren. Minka weniger, denn die geht jetzt davon. Da hab ich, da hab ich ein, ein so, ein, ein, mit, mit halb Wissen belasteten Blogposts zu verfassen. Nämlich, also ich finde, das ist ein sehr wichtiges Thema, gerade vor Maximum Break, weil wir sind Leute, wir wollen keine, wir wollen kein Blatt vor den Mund nehmen und wir wollen wirklich sagen, was wir wollen und unsere Meinung sagen, ob sie jetzt korrekt ist oder nicht. Korrekte Kritiker und Journalisten gibt es, gibt es genug. Ich möchte mich einfach nicht irgendwie anpassen irgendwelchen Leuten, wenn ich eine Meinung hab, dann würde ich sie einfach sagen. Das möchte ich auch beibehalten. Das ist ja auch unser Alleinstellungsmerkmal hier, darum geht es ja auch und das ist ja auch etwas, was ich wirklich den Chat anrate, wenn er wirklich, und das ist ja auch das, was ihr lebt, das ist ja unsere Chatkultur momentan, dass wenn man eine Meinung hat, erst einmal die Meinung in den Äther blasen, aber anstatt dass es um Essen geht oder um irgendwelche Aldi-Besuche, geht es hier halt um Gaming, etwas, was wir wirklich zelebrieren wollen, etwas, wo wir wirklich viel Zeit reinstecken und wo wir auch hohe Erwartungen haben und wir haben, oder ich kann ja nicht für alle sprechen, ich kann ja für mich sprechen, ich sag mal von meiner Seite aus, von meiner Sparte aus, das, was ich beobachtet habe, ist, dass das Niveau immer weiter zurückgegangen ist. Wir sind auf einem Allzeittief, so empfinde ich es tatsächlich. Es gibt ab und zu ein paar einzelne Perlen, aber im Großen und Ganzen gibt es weder eine Konstanz oder eine Konstante in der Qualität noch irgendwelche Wiedererkennungsmerkmale, wo man sagen würde, oh ja, das habe ich in einem anderen Spiel gesehen, das ist eigentlich ganz gut. Das letzte wirkliche Spiel, was mich begeistert hat, wo ich auch wirklich mehr Positives als Negatives habe, ist Witcher 3 und das finde ich ein bisschen arm. Ja. Elex hat jetzt bei PC Games, bei dem Magazin die Titel-Story bekommen und also ich vertraue Piranha Bytes immer noch. Das ist so, also man muss, Leute, man kann nicht immer nur skeptisch sein, es muss, vielleicht werde ich enttäuscht, aber dann habe ich halt die Erfahrung gemacht, aber ich möchte immer noch irgendwelchen Studios immer noch einfach vertrauen können, sodass ich mich auf ein Spiel wenigstens freuen kann. Ja. Jetzt mal der Hype außen vor. Wird im August, haben sie jetzt gesagt, die haben es eingegrenzt auf August rauskommen. Elex. Das ist das nächste große Spiel, was ich persönlich dem, dem ich sehr viel Beachtung schenken werde und ziemlich durchtesten, durchspielen, durchstreamen werde. Ja. Weil es klingt nach wirklich erwachsener und in Anführungszeichen realistischer Science Fantasy. Ist auch wieder ein Untergenre, was erfunden wurde, um Werbung zu machen. Ja, Piranha Bytes kann auch nicht enttäuschen, weil die immer ihre Bugs und Glitches und die Probleme bei den Spielen gleich mitzeigen. die zeigen dir halt immer genau, was du bekommst mit den Preview-Videos und so weiter. Jetzt durfte letztens ein Reporter fünf Stunden lang spielen, komplett ohne Guidelines. Der hat nur ein paar Save-Games bekommen, aber der durfte fünf Stunden lang im Spiel tatsächlich machen, was er will und er hat keine Richtlinien dafür gekriegt, wie er sein Preview zu verfassen hat. Dass ich das erwähne, klingt schon traurig. Aber zurück zum Thema. Das war jetzt eine kleine Bresche durchgeschlagen. Sir Fogg ist ein YouTuber, der Videos über World of Tanks gemacht hat und immer noch macht. Der hat immer die ganze Premium-Panzer kritisiert und war halt und ist ziemlich beliebt und hauptsächlich in der World of Tanks Community. Wer nicht World of Tanks spielt oder sich dafür interessiert, kennt Sir Fogg wahrscheinlich nicht. und das hat folgendermaßen funktioniert. Wargaming EU hat Sir Fogg damals gesehen und gesagt, Mensch, wir machen dich zum Contributor. Ist das in Ordnung? also Contributor heißt, wir verlinken dich auf unserer Seite als YouTube-Channel. Mehr ist das auch wirklich nicht. Also die sponsern den nicht, er kriegt kein Geld von denen, er ist nur ein quasi semi-offizieller Repräsentant auf YouTube. Sir Fogg hat von vornherein gesagt, ich werde den Stil meiner Videos nicht ändern. Ihr habt gesehen, also ihr müsst ja meine Videos gesehen haben, dass ich sehr viele Schimpfworte benutze, ziemlich keinen Blatt vor den Mund nehme und nichts aus meinen Videos zensiere und meine Meinung sage, bevor ihr mich zum Contributor macht. hat Wargaming gesagt, okay, machen wir dich zum Contributor, wir akzeptieren das. So, das heißt, die wussten, worauf sie sich einlassen. Oder auch nicht. oder, oder, oder auch nicht. Jetzt letztens, ich verlinke es, ich verlinke einfach mal meinen Blog nochmal, so dass man sich das so nebenbei angucken kann. Ich bin nicht ganz zufrieden mit dem Blogpost. Der war ein bisschen hastig formuliert und ich habe auch gemerkt, Journalismus ist echt schwer, sich korrekt, die ganze Information zu sammeln und dann auch nirgendwo falsch zu liegen, ist extrem schwer, also entschuldige ich mich. Deswegen habe ich auch sehr viel einfach auf die Quellen verwiesen und die Quellen gleich angezeigt, die da kamen. Er hat ein Video verfasst über den Chrysler KGF das Wargamer EU nicht so wirklich gefallen hat. Und ja, dann haben sie zuvor gesagt, ja, wir revoken jetzt deinen Status als Contributor. Du bist nicht mehr bei uns, du wirst nicht mehr verlinkt bei uns. Das ist okay. Warum haben sie das gemacht, haben sie auch gesagt, nicht weil er den Chrysler KGF, es geht übrigens auch überhaupt gar nicht darum, ob der Tank OP oder scheiße oder gut ist, das ist nicht das Thema. Es ging darum, die haben den jetzt revoked, weil er sehr oft gesagt hat, fuck you Wargaming, ja, also er hat auch wirklich Wargaming beleidigt. Er hat gesagt, fuck you und so weiter und er hat auch Profanity benutzt, deswegen haben die den Contributor, haben die den vom Contributor Programm entfernt, was noch vollkommen in Ordnung ist, ist vollkommen im Recht von Wargaming. Ich möchte jetzt nicht unbedingt jemanden haben, der mich durchweg beleidigt und den verlinke ich auf meiner Seite. Hey, hier gibt es Leute, der redet unsere Tanks schlecht und beleidigt uns dabei. Hier, klickt auf den Link, guckt euch den YouTube Channel an. Würde ich natürlich nicht machen. So, dann sind die aber noch ein Stück weiter gegangen und haben gesagt, please remove this video. Ansonsten machen wir einen Copyright Strike auf das Video und verhindern, dass du deine World of Tanks Videos monetarisierst. Das heißt, sie haben die quasi angedroht, weil er ein paar Mal Fuck You Wargaming gesagt hat, haben die ihm angedroht, ihm quasi seine komplette Existenz auf YouTube kaputt zu machen, was sie überhaupt gar nicht können. Weil ein Copyright Strike auf YouTube verläuft folgendermaßen, das Video wird entfernt von YouTube erst mal von Anfang an. Man muss nur den Copyright Strike machen. Man muss als Inhaber von World of Tanks nur sagen, okay, der Content gehört mir, ich will das Video nicht auf YouTube haben. Dann wird das Video sofort automatisch entfernt. Der Video, der Macher des Videos hat dann, kann dann appealen, also kann dann sagen, nee, 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 so läuft das nicht, ich will das Video wieder haben. Dann hat die Firma zwei Wochen Zeit vor Gericht zu gehen, um diesen Copyright Strike durchzuziehen. Und das macht natürlich keiner. So, wenn die jetzt verhindern wollen, dass alle Videos monetarisiert werden, müssen sie einen Copyright Strike auf jedes einzelne dieser ganzen Videos von SirFog machen und alles Copyright claimen, damit er kein Geld mehr mit World of Tanks Videos macht. Und das ist wirklich nur ein Arschloch Move. Das macht wirklich keiner. Und wenn die das gemacht hätten, weil Sir Pock ein paar Mal Fuck You gesagt hat, das wäre ein öffentlicher Super-GAU für Wargaming gewesen. Deswegen ist das natürlich im Sand verlaufen. Wo die wirklich gefuckt ab haben, war gefuckt ab haben. Ich korrigiere mich mit einem ebenso unkorrekten Term. Egal. Ist halt, sie wirklich Shit auf dieses Kack-Video gegeben haben. Es ist ein anderthalb Minuten Video, wo er ein Panzer schlecht redet. Wir hätten sagen können, wir haben genug von dir, wir können dich nicht mehr mit dir identifizieren. Fertig. Das wäre die erwachsene Response gegeben. Aber den auf YouTube versuchen zu zensieren und leere Drohungen zu machen. Und ihn halt anzudrohen, das zu zensieren, das wird normalerweise nur von ganz kleinen Studios und Indie-Programmierern gemacht, die irgendwelche Assets aus dem Internet piraten und auf Steam Greenlight gehen, um zu hoffen, dass sie ihr Spiel für 1 Euro verkaufen wollen. Und wenn dann so jemand ankommt wie Jim Sterling und sagt und zeigt wie scheiße das Spiel ist, haben die Jim Sterling zum Beispiel verklagt einer über 10 Millionen Dollar für Defamation und so weiter. Also die wollten wirklich ihn wegen Verleumdung anklagen, den Sir Fogg. Also die haben dann eine ziemlich große Sache draus gemacht. Und da haben sie natürlich so die ganzen Kritiker die haben einen riesigen Shitstorm verursachen. Nee, nee, nee. Der Copyright Cease and Desist DMCA Strike ist noch mal ein bisschen härter als nicht mehr dafür bezahlt werden. Das ist wirklich ein Entfernen des Videos und dann kriegt der ganze Channel eine Strafe und wenn er dreimal solche Copyright Strikes kriegt, bei zweimal, das ist mir mal passiert, kriegt er eine Sperre, da dürfen seine Videos tatsächlich nur noch 10 Minuten lang sein und beim dritten Mal wird der Channel komplett runtergenommen. Das ist ja auch ganz interessant für alle, damit ihr mal so ein bisschen hinter die Kulissen schaut, wie funktioniert YouTube eigentlich, wie funktioniert Präsentation, wie funktioniert, aber wann ist es ein Produkt eines anderen, das ist richtig, aber ich erstelle ein kreatives Review, wo es kreativ ist, wo es Satire ist, wo es Schmähkritik ist, darüber kann man sich ewig streiten, ganz besonders in Deutschland, in den United States ist das alles ein bisschen einfacher gehalten, das hängt damit zusammen, dass die Genüchte entlastet werden. Wir reden hier über Wargaming EU, also es gehen um europäische Gesetze, das ist alles in Europa passiert. Sehr gut, weil da muss ich ganz ehrlich sagen, da kommen die mit sowas nicht durch. Ja, ne, sind sie auch nicht, es sind sofort alle auf den Zug gesprungen, Jim Sterling saß vorne, der hat einfach Erfahrung damit gehabt, er muss sich ständig mit solchen Leuten umschlappen, er sagt, er sagt, fuck Konami, also er ist wirklich, ne, freie Schnauze, der setzt sich hin und freie Schnauze, er ist richtig freie Schnauze und er hat sich halt auch wirklich angelegt mit den Leuten, er wurde um 10 Millionen Dollar verklagt von so einem kleinen Arschloch und hat auch Videos drüber gemacht, also es funktioniert einfach nicht, du kannst als Firma solche Videos nicht zensieren, egal was du machst, du kannst es einfach nicht machen und die haben es halt trotzdem gewagt als größere Firma, weiß ich nicht, ganz einfach, weil sie dumm waren und dann gab es natürlich sofort den öffentlichen Shitstorm und plötzlich hatten die mit Leuten zu tun gehabt, mit denen sie überhaupt nichts zu tun haben wollten, Leute, die deren Spiel weder spielen noch kennen noch sich dafür interessieren, die werden nie irgendwelches Geld bezahlen für irgendwelche Premium-Tanks und die stehen und die stehen plötzlich mit Fackeln und Mistgabeln vor deren Tür und sagen, ey, ihr habt da echt Scheiße gebaut und da können die machen, was sie wollen, die können sagen, ey, der Panzer ist gar nicht OP, also man braucht, man muss sich Microtransaction-Premium-Munition kaufen, um diesen Panzer überhaupt zu beschädigen, ich habe mich nicht wirklich darüber informiert, ob das wirklich so echt ist, auf jeden Fall weiß ich aber jetzt, dass es Premium-Ammo gibt und so weiter, da kann der Drache jede Menge zu erzählen, ja, da freue ich mich, dass er da ist, du kannst ja mal zwei, drei Zeilen zum Chrysler KGF gerade für Benjamin und Quillgeist, die ja hier mitlesen, aber das interessiert wie gesagt gar nicht, die haben sich so viele schlechte Publicity damit eingezogen und ja, Jim Sterling hat halt auch dann ein Ultimatum angedroht, er hat gesagt, er macht eine Jimquisition drüber, das ist sein Montags-Format, wo er ein Thema auseinander nimmt und wirklich seine Meinung auch preisgibt und damit hat er auch sehr viel, sag ich mal, Souveränität, weil er eben sehr viel Erfahrung gemacht hat, auch vor Gericht und alles mögliche und er hat gesagt, ja, macht jetzt die richtigen Pressemitteilungen und ihr könnt diese Jimquisition, also sie wird passieren, aber ihr könnt diese Jimquisition den Ausgang des Ganzen beeinflussen. Ja, das ist ja erstmal eine Ansage. wo ich, ich musste die ganze Zeit daran denken, wie würde ich vorgehen, wenn ich ein Gaming-Studio leiten würde, wenn ich tatsächlich einen Zehn-Mann-Betrieb führen würde, wenn ich Geschäftsführer wäre und plötzlich kommt beispielsweise Drache oder Quegeist oder Benjamin oder vielleicht auch du an und sagen, ey, wir haben ja einen, der beleidigt uns in einem anderthalbminütigen Video und ist ein Contributor von uns. Meine erste Reaktion wäre nicht, wie es so viele BWLer machen, auf die Barrikaden zu gehen und dann zu sagen, okay, wir müssen hier einen Copyright-Claim machen und der muss das Video löschen, das muss weg, das ist negatives Marketing. Meine erste Reaktion wäre, hey, ich würde gerne einen Termin mit dir ausmachen, ich würde gerne mal am nächsten Sonntag beispielsweise einfach mal mit dir skypen und ich würde das gerne streamen live, ist das in Ordnung, hättest du da Interesse dran? Und wenn er es nicht streamen will, wie wäre es, wenn ich es aufnehme und danach selber auf YouTube hochlade, ein kurzes Fuck-You-Meeting, würde ich das noch provokativ nennen und dann wird sich einfach mal gegenseitig so richtig abgekotzt, da wird mal richtig abgeledert, er kann sich darüber abledern, was macht ihr für ein scheiß Premium-Content, Scheiß mit In-Game bezahlen und allem möglichen und ich ledere zurück und sage, ihr wisst das gar nicht so wertschätzen, was wir hier an Arbeitszeit reinstecken, da kann man sich mal richtig die Meinung geben, ich denke, das wäre etwas, das wäre nicht nur begeisternd für alle Zuschauer, das wäre auch mal wirklich, das wäre fucking Öffentlichkeitsarbeit, die würden sich mit der Community unterhalten, man. Richtig und ich weiß nicht, wie man auf so etwas, natürlich ist das Arbeitszeit, die man dann da reinstecken muss, aber seien wir mal ganz ehrlich, das ist allerhöchstens eine Stunde, vielleicht zwei, wenn man richtig viel zu sagen hat, was ja durchaus sein kann, zwei Stunden Arbeitszeit sind, finde ich, für so eine öffentlichkeitswirksame Arbeit nicht nur vertretbar, sondern notwendig, das ist ein, das ist eine Anforderung, damit man überhaupt erfolgreich wird in diesen Zeiten oder ich, zumindest ich sehe darin professionelles Vorgehen und die Möglichkeit, sich von anderen abzuheben, indem man eben nicht sagt, okay, wir gehen direkt auf Copyright, sondern hier, guck mal, Wargaming EU, die machen dann, die haben irgendwie so jede Woche einfach mal tatsächlich, wird einfach mal abgeledert zusammen mit einzelnen YouTube Content beziehungsweise YouTube Content Creators und vielleicht gibt es da auch mal ein Meeting, wo man sagt, okay, da ist jetzt einer mit bei, der ist tatsächlich begeistert, der hat gesagt, okay, Premium Panzer finde ich nicht so cool, aber der Rest vom Gameplay gefällt mir total, finde ich total in Ordnung und plötzlich hast du einen richtig positiven Podcast, auch das ist möglich und diese ganze Spur, worauf ich hinaus möchte, ist, das haben sie sich nicht nur verwehrt, denn, wenn sie das jetzt im Nachhinein noch machen würden, wenn es ihnen jetzt noch in die, oder wenn sie jetzt den Podcast hier hören und sagen, hey, das ist eigentlich gar keine schlechte Idee, Wunder gibt es immer wieder, selbst dann würde es nichts mehr bringen, weil selbst dann würde man sagen, okay, das ist wirklich nur noch um Kanten zu glätten, nichts anderes, die haben so, wie ich finde, unprofessionell reagiert, ich, ähm, ja, das war wirklich eine unprofessionelle Reaktion, ne, also, es gibt, egal was für ein Produkt ich verkaufe, es wird immer jemanden geben, der nicht zufrieden ist, das ist einfach so, und dann zu sagen, ähm, der darf seine Meinung nicht äußern, oder aber, ähm, der schadet uns damit, das ist Schwachsinn, es wird immer negative Reviews auf Steam beispielsweise geben, äh, es können 20.000 sagen, was weiß ich, Undertale ist super, und es gibt 500, die sagen, das ist scheiße und begründen das, dann fange ich doch nicht an, diese 500 komplett wegzulöschen und zu sagen, ihr dürft nie wieder Comments bei uns machen, was ist das denn für eine Vorangehensweise, also, das ist das, was ich nicht verstehe, anstatt mit den Leuten zu reden und Arbeitszeit nicht mal dafür, nicht dafür zu nutzen, den nächsten, ähm, TV-Werbespot zu drehen, sagt man, pass mal auf, Christiane, Christian, ihr beiden unterhaltet euch jetzt mal mit dem, ihr macht mal, ihr telefoniert mal mit dem, ihr sollt das mal vorab klären, denkt euch mal was aus, was sollen wir uns denn ausdenken, also, wenn die Frage kommt, kannst du die beiden auch gleich feuern, ähm, es ist einfach so, es wird, es wird versucht, so viel Kontakt mit der Community zu vermeiden, wie irgend möglich, egal in welchem Genre und egal in welchem Spiel, und das ist eine Entwicklung, die ich nicht nur verteufle, das ist etwas, was ich absolut, ich kann es nicht nachvollziehen, wie man solche Firmen noch unterstützen kann, in jeglicher Art und Weise, selbst, ich meine, wer kann sich noch daran erinnern, dass Nintendo beispielsweise gesagt hat, wir müssen jetzt einzelne YouTuber shut down, weil die Content zeigen, das uns nicht gefällt, das schlägt in genau dieselbe Sparte, in meines Erachtens, also, das, das ist ja weniger eine Sache mit Nintendo und YouTubern, als Nintendo und die Creators, äh, der Fangames, ne, also, äh, so ein Rom-Hack von Pokémon, das einfach mal, ne, verklagt wurde, von Nintendo, äh, runtergenommen wurde, vom Internet, und so weiter, weil, ne, es ist halt Fan-Created-Content, äh, das Metroid 2 Remake, AM2R, heißt das, äh, das haben die versucht, komplett aus dem Internet runterzunehmen, weil, ne, die wollen ja vielleicht irgendwann nochmal ein Metroid machen, in 10, 12 Jahren, Entschuldigung, und, ne, die sehen, die, die sehen, Fan-Creator tatsächlich als Konkurrenz und als Gefahr, was sich wirklich, ne, äh, also, Drache hat es mir gerade nochmal bestätigt, als Ameisen mit, mit, mit einer Lupe verbrennen, ne, sowas, sowas machen die, ähm, Drache hat es gerade nochmal bestätigt, das ist etwas Community-Arbeit mit Community-Unterhalten, ist etwas, was Wargaming nicht macht, und, ja, Quegas, ich hab gelesen, was das ist, es ist meine persönliche Meinung, das sollte ich voranstellen, dass dieses Konzept, dieses, ich hab ein Content kreiert und jetzt möchte ich dafür bezahlt werden, wenn da anderer Content drum entsteht, ich halte das gerade in der Gaming-Industrie für überholt. Die Gaming-Industrie ist mittlerweile so stark angewachsen und es gibt so viele Hobby-Programmierer, die Mods entwerfen, die, äh, Rom-Hacks, also, eigenständige Spiele entwerfen, anstatt das zu umarmen und anstatt einfach zu sagen, pass mal auf, wir setzen uns jetzt mit dem auseinander, wir unterhalten uns mit dem und wir gucken, ey, vielleicht haben wir sogar eine Programmiererstelle für den, ja? Einfach mal logisch denken, das ist das, was ich meine. Deswegen halte ich dieses Konzept, ihr habt das gemacht, jetzt will ich Geld, ich bin der Präsident, ich halte das für, äh, überzogen und für veraltet, für nichts anderes, veraltet. Ja, das ist halt Nintendos japanische Tradition. Das ist, ich möchte dazu sagen, Nintendo... das aus dem Internet zu nehmen und geben dann noch mehr Publicity. Ich verweise auf Pokémon, diese Crystal-Rom-Hack, Pokémon Prism, genau. Das wurde ja irgendwie eineinhalb Millionen mal runtergeladen, ne? Und viele haben das als Alternative zu einem 3DS und Pokémon Moon gesehen, ne? Das war Nintendos Sicht, ne? Das war so kurz bevor Pokémon Moon und Sun rauskam, kam Pokémon Prison raus. Das ist eine Rom-Hack von Pokémon Crystal. Also die kann man auf dem Game Boy Color Emulator spielen, ja? Und die wurde sau oft runtergeladen, weil die sau gut war. Die wurde auch gehypt. Und die haben, und die haben halt einen Seas und Desist und die haben angedroht, den zu verklagen und alles, ah! Und, Alter! Ich verstehe es nicht, ne? Weißt du, ja? Theoretisch aus Nintendos Sicht gesehen, okay, das sind 1,5 Millionen Downloads, ja? Das sind potenziell 1,5 Millionen Sales eines potenziellen 3DSs und eines potenziellen 60 Euro Pokémon Moon spielt. Äh, geht mal kurz, ich muss mal kurz, äh, muten. Alles gut. Und dementsprechend kann man das hochrechnen, wenn ein neues Pokémon Spiel 60 Euro kostet. Wir gehen mal ein bisschen runter und sagen, okay, es kostet vielleicht nur 30 Euro. Selbst das, mal 1,5 Millionen genommen, ist ein riesiger Umsatz, der Nintendo potenziell, und darauf komme ich jetzt zu sprechen, verloren geht. dieses Potenzielle, das ist das, wovor so viele Angst haben. Es ist noch nicht mal ein Realverlust, das ist das, worauf ich eigentlich zu sprechen kommen möchte. Das gleiche bei Wargaming, es ist, es findet kein Realverlust statt, es ist nicht messbar. Das sind Aktien, auf die spekuliert wird, nichts anderes. Und das treibt denen so die Ängste und gibt denen so die Muffensausen, dass sie sagen, wir müssen dagegen vorgehen, Copyright-technisch, weil es ist ja unsers. Und das finde ich nicht nur kindisch, das passt nicht mit der Gaming-Industrie zusammen. Punkt. Das ist BWL-Denken in reinster Form. Das, worüber wir uns hier auf Maximum Break auch immer wieder gegen aussprechen, worüber wir uns aufregen. Gerade wenn Activision auf die BWL-Schiene geht und sagt, oh, das letzte Call of Duty hat sich gut verkauft, dann machen wir das nächste genauso. Genau, reines BWL-Denken, nichts anderes. Und das ist genau das Gleiche, indem man eben sagt, Community ist Community, das sind halt unsere Kunden, ne? Aber mehr auch nicht. Und das ist eben, dass das passt nicht. Gaming ist etwas, das ist ein so weitreichendes und so zeitintensives Hobby für viele Personen. Es gibt Menschen, die zocken acht bis zwölf Stunden am Tag. Da einfach zu sagen, ja, ihr habt kein Mitsprachrecht in unsere Produkten, auch wenn ihr schon die letzten drei Spiele mitgemacht habt, indem ihr immer preordert habt und immer zufrieden wart und euch immer positiv ausgedrückt habt, die werden ausgeschlossen. Und jetzt könnt ihr euch selber einfach mal die Frage stellen, ist das fair in irgendeiner Art und in sich. Natürlich ist das das Recht einer jeden Firma, das will ich auch gar nicht in Frage stellen. Es geht mir darum, ist das fair? Macht das Sinn? Und da muss ich persönlich sagen, das macht es nicht. Ja, macht es sowieso nicht, weil ich hab's, man kann all diese Spiele immer noch runterladen, man kann nichts vom Internet entfernen, selbst wenn man Nintendo ist. Drache, darauf komme ich gleich zu sprechen. Es ist immer noch drei, vier Mausklicks war es entfernt. Ich muss mal kurz, ganz kurz eine Brette schlagen, weil ich bin gerade vor einem Dilemma, es riecht nach Grillfleisch, draußen im Garten wird gegrillt und meine Familie möchte, dass ich mitgrille. Möchte der Drache vielleicht mich ablösen von einer halben Stunde, damit ich ein bisschen Grillfleisch essen kann. 147% professionell. Ich möchte noch das Wargaming-Thema zu Ende bringen, weil wir sind immer noch beim Wargaming-Thema. Das hat nämlich jetzt ein Ende genommen. Die haben nämlich tatsächlich jetzt ein korrektes öffentliches Statement abgegeben. Die haben sich dafür entschuldigt. Die haben gesagt, es war nie deren Absicht, irgendwas zu zensieren, obwohl sie halt wirklich aktiv gedroht haben, sein Video zu zensieren und seinen Channel zu zensieren. Aber das war nie deren Absicht und sie wollen daraus lernen. Sie entschuldigen sich offiziell und er darf das Video natürlich hochladen. Ich meine, andere Leute haben das Video für ihn auch hochgeladen. Das Video gibt es fünf, sechs Mal auf YouTube. Also, das ist der sogenannte Streisand-Effekt. Das ist, wenn man Informationen auf solche Art und Weise verstecken will, dann gibt das einen Snowball-Effekt und die Information kommt fünf, sechsfach zurück an die Offenbarkeit. Und dass sie den Streisand-Effekt als so eine Firma, die im Fernsehen Werbung macht, nicht verstanden haben, so dass es eigentlich, ich würde sagen, BWL A und O. Da muss man den Streisand-Effekt kennen. Tja, das war ein bisschen peinlich. Aber die haben jetzt Schadensbegrenzung betrieben. Die haben gesagt, die möchten aus dieser Situation lernen, um bessere Öffentlichkeitsarbeit zu machen. Drache hat das sehr gut zusammengefasst. Es ist das einzige wichtige Statement, man machen. Es ist das einzige, was man machen kann, nachdem man so ein bisschen Ellenbogen ins Klo gegriffen hat. Und wenn man sich fragen muss, ob Wargaming einfach ein Stück Seife im Schädel hat. Nichts anderes. Niemand hat hier die Absicht, eine Mauer zu errichten. Also, worauf ich noch zu sprechen kommen möchte, erster Magidon, du kannst gerne jetzt eine halbe Stunde grillen gehen, ich schmeiß den Laden ja alleine. Danke. Ich mach das zusammen mit der Viewerschaft im Chat. Nehmt dran teil. Ich mach 45% Gaming noch. 2% Grillen. 2% Grillen. Bis später. Ich unterhalte mich mit euch im Chat auch weiterhin. Wir bleiben an der Sache dran. Worauf ich noch zu sprechen kommen wollte, ist nämlich ein Satz den Drache gesagt hat, dass es extra Werbung ist. Das stimmt tatsächlich. Und das ist etwas, was viele auch entweder nicht so wahrnehmen oder aber auch als Risiko ansehen. Bleiben wir mal bei dem Aktiengeschäft und bei dem Spekulieren. Man weiß nicht wirklich, okay, sind das jetzt wirklich 1,5 Millionen Kunden, wovon ja auch einige doppelt sind. Sagen wir mal so rund eine Million. Sagen wir mal rund eine Million Kunden, ob die wirklich dann das neue Pokémon holen oder nicht. Wobei ich da reinschlagen muss und sagen muss, selbst wenn das nur 80 sind, die das danach kaufen, ist das doch immer noch ein Gewinn. Ihr habt nichts bezahlt für diesen Rom-Hack, der dann released wurde und wurde dann eine Million Menschen. Und 80 davon sagen sich, okay, jetzt habe ich richtig Bock auf Pokémon. Komm, jetzt holen wir mal das neue Pokémon von Nintendo offiziell. Dann sind das 80 Leute, bei denen man sich fragen muss, okay, hätten die das tatsächlich vorher auch gekauft? Weiß man nicht. Auf jeden Fall kann man sagen, okay, diesen Effekt gibt es, der ist wiederum messbar. Und da muss man sich natürlich fragen, warum wird dem so entgegengearbeitet, weil etwas anderes ist es ja nicht. Und Wargaming schlägt in genau dieselbe Sparte. Anstatt zu sagen, wir haben hier einen besonders kritischen Menschen, der auch nicht davor zurückschreckt, mal Tachales zu reden, auch mit uns, und das ist etwas, das wir sehr wertschätzen, denn es zeigt uns, wo unsere Schwächen sind und woran wir arbeiten können, wird eben gesagt, wir zentieren das. Und das zeigt eigentlich in seiner Gänze ziemlich eindeutig, wohin sich das alles bewegt. Publisher- und Entwicklermäßig. Komme ich gleich nochmal darauf zu sprechen, weil das ist ein Thema, das Quegeist gerne nochmal angeschnitten haben wollte beim letzten Mal, weil Gidon da ein bisschen Verwirrung reingebracht hat. Um bei Wargaming zu bleiben, und jetzt komme ich ein bisschen auf euch zu, hattet ihr Erfahrungen mit Wargaming, die überwiegend negativ waren, gerade wenn es um Community-Arbeit ging? Wurden Bugs reported, wo es hieß, nein, das ist ein Feature? Gab es Einkäufe, die nicht korrekt abgehandelt wurden, wo man sagen muss, hm, macht das Sinn? Gibt es andere Geschichten, vielleicht im Forum, die breit getreten wurden, wo man gesagt hat, das ist aber ganz schön komisch, wie das da stattgefunden hat? Ich weiß von unseren Viewern, dass Drache und Dugluck wirklich aktive Wargamer waren, das trifft es eigentlich am ehesten, und ich will auch kein zeitgenössisches Statement dazu, wie ist das momentan, weil ich glaube, dafür haben wir auch zu wenig Interesse. Es ist interessant, zu wissen, was für Wellen das geschlagen hat, und ich finde es auch wichtig, dass das angesprochen wird, aber man sollte das auch nicht auf die Zuruhrkante legen, viel eher sehe ich das so, wir haben eine Liste, Wargaming hat sich jetzt einen Strike, verdientermaßen einen Strike eingefahren, und das gilt es jetzt zu beobachten. Ab jetzt müssen wir einfach wissen, okay, machen die einfach weiter wie bisher, werden die weiterhin die Community vergraweln, werden die vergraweln, ich werde hier zum echten amerikanischen Trucker. Wir ändern alles, wo ihr zwei Quellen bringen könnt. Zwei Quellen, interessant, zwei Screenshots. Es ist einfach mal wichtig, sich zu vergegenwärtigen, was momentan stattfindet, auf großer Ebene. Wie gesagt, Communityarbeit findet meines Erachtens so nicht mehr statt. Das gibt es nicht mehr. Stattdessen wird beschwichtigt, es wird zensiert, es wird gedroht, was ich für eine Charakterschwäche halte. Wenn ich jemanden drohen muss, dann geht es entweder um Leib und Leben oder aber ich bin gierig. Also auch hier, persönliche Ansicht, kann ich niemanden anderen aufbrummen. Das ist etwas, so schätze ich das ein. Und gerade in der Gaming-Industrie, die ja nun wirklich viel Geld abwirft, denken wir an Neupreistitel, 70, 60 Euro, je nach Plattform, geht es halt um viel Geld. Keine Frage. Aber viele Verluste, viele Refunds, die eingefahren werden und die ja auch stattfinden, gerade Steam-Refunds beispielsweise, die sind ja nun auch selbst verschuldet. Und das ist eben das Entscheidende. Anstatt eben zu sagen, wir betreiben Community-Arbeit und wir versuchen, so ein bisschen zu beschwichtigen, wir bringen zum Beispiel ein Total War Rome 2 raus, was absolut verbuggt ist und absolut nicht unserer Werbung entspricht. Anstatt dann zu sagen, okay, wir kommen auf euch zu und wir sagen jetzt, okay, wir müssen jetzt einfach mal sammeln. Wir sammeln, sammeln, sammeln. Was habt ihr alles für Bug-Reports? Was habt ihr alles für Verbesserungsvorschläge? Wird gesagt, wir verbessern das. Was ist das für eine Aussage? Natürlich verbessert ihr das. Ihr werdet ein ziemlich lausiger Haufen, wenn ihr das nicht tut. Das ist eine Selbstverständlichkeit. Was nicht selbstverständlich ist und das ist eigentlich das Traurige, ist, dass man sagt, wir hören auf euer Feedback auf der einen Seite und auf der anderen Seite, wir gehen einen Diskurs mit euch ein. Das ist eigentlich das Entscheidende. Anstatt einfach nur zu sagen, wir hören auf euch, das ist so nichtssagend. Das ist genauso richtig wie sinnfrei, meines Erachtens. Zu sagen, wir hören auf euch ist in etwa sozusagen wie, ich muss dreimal am Tag aufs Klo. Jeder weiß das, aber was dabei rauskommt, weiß niemand, wenn ich nicht darüber rede. Und ähnlich ist das momentan bei Patches, egal welches Genre. MOBA, Strategie, Action, RPG, Ego-Shooter. Das schlägt alles in dieselbe Sparte momentan. Es wird nicht, es wird irgendwelche Balance Tweaks finden da statt. Es wird da irgendwas rumgeschraubt. mein Bestes Beispiel League of Legends, Rito. Die orientieren sich momentan gerade an der LCS. League, Champion, irgendwas? Hab ich schon mehr vergessen. Ist auch egal. LCS, im Endeffekt das ESL von League of Legends. Und da wird sich nur an der LCS orientiert, obwohl die LCS als solches mit ihren Pro-Gamern einen verschwindend geringen Bruchteil der Spielerbasis darstellen. Und das ist eben etwas, wo man sich fragen muss, warum? Weil man sagt, okay, ja, Rito Games sagt von sich aus, okay, wir machen jetzt hier LCS, beziehungsweise die Pro-Gaming-Szene, das ist unser großes Aushängeschild. An diesem Aushängeschild, da machen wir fest, was haben wir, wo wollen wir hin und so weiter und so fort. Hier, so sollt ihr alle mal werden. Ja, zum Optimalfall. Jeder, der Ranked spielt, soll mal so werden wie Pro-Gamer. Ja, spielt Ranked Games, dann könnt ihr Pro-Gamer werden und an Turnieren teilnehmen. Dass das alles völliger Kokolores ist, das spricht niemand mehr an. Und anstatt da eben zu sagen, weißt du was, schieben wir das mal zur Seite, ist schön, dass ihr das fordert und ist schön, dass ihr das haben wollt, mit, dass alle Pro-Gamer sein sollen, das ist eine schöne Utopie, behaltet die für euch. Viel lieber möchte ich, dass man sich auf den Großteil der Community orientiert und anhand dessen Balance Tweaks macht. Noch besser, aber das wäre, glaube ich, die Königsdisziplin, wäre es, wenn man wirklich alle beachtet. Sowohl die Pro-Gaming League als auch die, in Anführungszeichen, Casual Gamer. Und wenn man das unter einen Hut bringen kann. Dass das sehr schwer sein kann, das ist mir auch klar. Und das ist jedem klar, der mit ein bisschen Verstand an die Sache rangeht, weil dann haben wir eine richtig unübersichtliche Community, wie im Fall von League of Legends und dann alle irgendwie zufriedenzustellen, hatte ich gerade schon angeschnitten, ist wie mit den Steam-Reviews. Das wirst du nicht hinkriegen. Egal wie viel Mühe du dir gibst, wie sehr du es machen möchtest, das wirst du nicht schaffen. Das ist leider so. Und das ist, das kann ich auch nicht weiter beschönigen, das ist so Punkt. Aber anstatt da wenigstens zu sagen, okay, wir werden jetzt vielleicht nicht die 147% knacken, aber immerhin zu sagen, okay, wir wollen wenigstens an die 100% rankommen, wir wollen uns verbessern und wir wollen stetig eine kontinuierliche Verbesserung reinbringen. Das wäre zumindest ein Schritt, der mir zeigen würde, okay, es gibt noch Entwicklerstudios, und Publisherstudios, die wirklich Wert darauf legen, wer die Spiele spielt und die sich auch im Klaren darüber sind, dass die Leute, die das spielen, vielleicht das auch weiter empfehlen. Das ist was ganz Lapidares, dass die einfach zu ihren Freunden gehen, ja, ich habe letztens schon Metal Gear Solid 4 geguckt, gespielt, wie auch immer und muss sagen, ist besser irgendwie als die anderen, weil du da auch Rambo gehen kannst. Ja, wenn ich an den Wochenrückblick jetzt nochmal zurückführen darf. Ähm, ein Riesenthema, etwas, was ich hier auch weitestgehend ruhen lasse, ich gehe jetzt nochmal auf den Shit ein, ähm, diese Quellen sind nicht aussagekräftig, wir ändern nichts an unseren Fahrzeugen, ähm, und Kritiken im Forum werden einfach gelöscht, okay, ähm, wenn das tatsächlich so stattfindet, und davon gehe ich momentan aus, weil gerade in der heutigen Zeit, gerade in der heutigen Gaming-Zeit, in der vernetzten Zeit, Hashtag Neuland, ähm, gibt es ja genug Leute und genug Gamer, äh, die wirklich nachweisen, okay, ich habe jetzt hier eine Stunde mich, äh, mal herangesetzt an das ganze Tank-Equipment und das ganze Repertoire, was Wargaming anbieten kann, und ich habe einfach mal Vergleiche angestellt und habe festgestellt, da gibt es Inkonsistenzen, das passt so nicht. Das ist balance-technisch fragwürdig auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist es möglicherweise sogar einfach nur irritierend, wenn man spielt. Ähm, interessant finde ich die Vorangehensweise zu sagen, okay, wenn ihr Nachforschung betreibt und wenn ihr uns das darlegen könnt, dann ändern wir was und danach gar nicht richtig zu schauen, sondern einfach zu sagen, ja, die sind nicht aussagekräftig, ähm, dann sind wir wieder bei dem gleichen Thema wie vorhin, Hinhaltetaktik, etwas anderes ist das nicht. Ja, wir machen so viel Community-Arbeit, wir geben euch die Möglichkeit, Feedback zu geben und dann richten wir uns danach, das macht ihr eben nicht. Und da reicht es beispielsweise eine Bilanz anzulegen, im vergangenen Jahr wurden so und so viele Änderungsvorschläge gemacht im Forum, so und so viele wurden weitergegeben, weitergereicht, so und so viele wurden strikt abgelehnt im ersten Level und so und so viele wurden angenommen. Ich glaube, dann ist die Bilanz sehr, sehr düster für Wargaming und dann hätte man wieder negatives Marketing, dass man auf niemand anderen schieben kann, außer auf sich selbst mit dieser Vorangehensweise. Aber dafür müsste sich tatsächlich, ich hoffe ja darauf, dass tatsächlich einer mit Wargaming so derartig unzufrieden ist, dass er das macht und dass er einfach mal sagt, hier seit einem Jahr versprecht ihr uns und ihr macht nur Scheiße. Ob das dann gelöscht wird oder nicht, ist erstmal egal, weil ich hoffe, dass dann genug das einfach Copy-Pasten und einfach jeden Tag diesen Forum-Post mache, bis Wargaming 90% der Belegschaft gebannt hat, permanent und sie dann feststellen, ja, wir arbeiten mit unserer Community, aha, deswegen habt ihr 90% der Playerbase in euren Foren gebannt, ab da ist schon Tilt, ab da kannst du die so in die Ecke drängen, da würden sie sich nie wieder von erholen. Wenn du das dann noch an die virale große Glocke hängst, ist das ein Todesurteil, nix anderes. Aber ich für meinen Teil kann sagen, ich hab da überhaupt kein Interesse dran, weil Wargaming mich schlichtweg nicht interessiert. Aber World of Tanks ist ein Thema, es streitet sich so ein bisschen mit Russen-Thunder, gibt sich die Klinke in die Hand, beides ist einfach nur grottenschlecht und beides werde ich bashen bis an sein Lebensende. Aber ich würde nie so weit gehen und sagen, ich mach da jetzt einen Doktorandenarbeit aus. Ich weiß auch, dass das viel Aufwand ist, aber man darf nicht bedenken, also man darf nicht vergessen, es gibt wahrscheinlich genügend Spieler, die einfach auch schon genug Zeit da investiert haben und die einfach mittlerweile sagen, das passt nicht mehr und das ist einfach so anstrengend geworden mit der Zeit. Ich unterstütze Gens Studios, die ihre Games für Linux porten. Beim Tomb Raider gab es den Linux-Bot, den ich auch gekauft, der lief unfassbar scheiße im Vergleich zu Windows, haben mich entsprechend beschwert und wurde relativ übel von der Dev-Community angegangen, habe es dann refunden wollen, wurde aber nicht genehmigt, bis ich mich etwa 20 Mal beschwert habe. Finde ich auch sehr schwach, muss ich sagen. Also, ähm, belegt noch einmal sehr gut das, was wir gerade aufgearbeitet haben zusammen. Lieber Mac-Warrior, du meinst Patch-Warrior, Matchmaking-Warrior. Ihr merkt, das ist ein Thema rund um Patches, rund um Balance-Tweaks, rund um Community-Arbeit. Das zieht nicht nur einen Rattenschwanz nach sich, sondern darüber kann man sich ewig diskutieren. Zu Recht. Denn, auch hier möchte ich nochmal anmerken, das sind wirklich Themen, wir entwickeln uns in einen, oder, nicht wir entwickeln uns. Das würde bedeuten, dass es in der Zukunft erst geschieht. Wir haben uns in eine Richtung entwickelt, in der die Community einen Scheißdreck für viele Entwickler und Publisher wert ist. Und das muss man einfach so aussprechen. Und das, ich frage mich immer noch, warum das niemand anspricht. Stattdessen wird da von der Gamestar noch widersprochen. War eine Diskussion, die ich geführt hatte. Per Mail. Warum da, im Endeffekt, es werden noch Patches gemacht und es wird auf die Community gehört. Ja, das merke ich. Anhand von Wargaming, anhand von Rito, wieder auf die Community gehört wird. Es wird behauptet, es wird auf die Community gehört. Und, dass das niemand erkennt, oder sie erkennen es und ignorieren es, oder viel eher ist es ja ein Beschönigen, muss ich mich fragen, warum? Sind das mittlerweile alles inzistuöse Gewülste, die sich da entwickelt haben? Kriegt der Journalist, der Gaming-Journalist mittlerweile direkt Geld vom Publisher- und Entwicklerstudio? Und diese Fragen lohnen es sich zu stellen. Immer und immer wieder. Und das ist auch etwas, wo der Fokus hingehört. Weil, solange wir keine kritischen Stimmen haben, ich meine, wir sind jetzt ein wirklich kleiner Channel hier, aber das ist ja schon mal ein Anfang, in dem man sagt, hier wird wirklich mal frei Schnauze über das abgeledert, was wirklich nicht sein darf. Inwieweit das weitergetragen wird, inwieweit man das annimmt, das kann man nicht erzwingen, aber solange es angesprochen wird, können wir für uns behaupten, wir haben es versucht. Und das ist, denke ich, schon sehr, sehr viel mehr als andere tun. Ja, bessere Verkaufszahlen, bessere Umsätze, BWLer, ich denke, damit schließe ich das Thema einmal ab. The Search lasse ich einmal außen vor, weil das ist Guidons Thema, der ist gerade grillen. Ich komme stattdessen zum Strategie-Genre, die Nische, die viral geht. Warum sage ich das? Wer sich im Steam-Shop mehr als ein paar Mal stündlich umhertreibt, gerade im Bereich Strategie, Global Strategy, der wird sehr schnell feststellen, dass das mittlerweile eine Größe angenommen hat, die zumindest alteingesessenen Strategiespielern wie mir so ein Stirnrunzeln hervorruft. Nicht, weil ich das schlecht finde, sondern weil das eine Entwicklung ist, die irgendwie merkwürdig erscheint. Strategiespiele als solche waren schon immer ein Genre. Wow, habe ich das gerade echt gesagt? Eine Nische wollte ich sagen, um Himmels Willen. Ein Nischen-Genre. Das ist etwas, das spricht nicht viele Leute an. Es ist etwas, da kann man auch ein paar ältere Gamer hinter den Öfen hervorlocken, aber es ist etwas, wo man nicht viel Potenzial sieht. Sei es beispielsweise für Umsätze, sind wir wieder beim Thema BWL, als auch beim Thema Wachstum beziehungsweise Funding, wenn es ins nächste Spiel gehen soll. Welches Entwicklungspotenzial haben Strategiespiele? Dass dieses Entwicklungspotenzial da ist und dass das mittlerweile mehr und mehr Entwicklerstudios erkennen, ist begrüßenswert, aber ich reagiere da auch sehr vorsichtig. Wir haben zum Beispiel lang und breit schon darüber diskutiert, wie Immersion und Fluff und Story und Plot sich auf die Gaming-Erfahrung auswirken. Dass das einen meist unterschwelligen Effekt hat, so einen untergrabenen Effekt, sag ich mal, den man nicht unbedingt immer mitbekommt, aber in jedem Fall spürt. So, bei Strategiespielen ist das schwierig umzusetzen. Es ist, ich habe eingangs beim Wochenrückblick darüber gesprochen, wie Steel Division Normandy 44 gerade durch Funksprüche ich brauche langsam mal Sabbelwasser. Funksprüche im Endeffekt panisch werden, wenn es ins Gefecht geht oder wie gesungen wird, wenn es in Richtung Front geht. Das sind alles Immersion-Themen, die man bewusst erst einmal wahrnehmen muss, aber wo man auch einen ganz anderen Bezug zu seinen Einheiten herstellt. Während man beim RPG, bei Ego-Shootern und auch bei gewissen Action-Spielen eher, naja, versucht den Fokus auf Gameplay und Charaktere zu legen, ist es bei Strategie nur Gameplay. Es bietet zwar viele Möglichkeiten für eine Story, aber das kann auch genauso gut richtig in die Hose gehen. Ein positives Beispiel wäre die Command & Conquer Reihe, rund um die GDI und rund um Not, weil das war durchaus etwas, es war Science Fiction, ja, keine Frage, aber durchaus interessant, mit interessanten Charakteren und auch mit interessanten Plot-Twists. Ein Negativ-Beispiel bei Strategie-Spielen wäre meines Erachtens Ruth, das versucht hat, sich daran zu halten, was in der Normandy passiert ist, was aber so wacky rüberkam, also so merkwürdig, also man hat die ganze Zeit so merkwürdig, zumindest ging es mir so, ich hatte ein merkwürdiges Gefühl einfach beim Spielen, das hat sich nicht wirklich angefühlt wie die Landung der Normandy, weiteres Negativ-Beispiel wäre Call of Duty, aber ich glaube, das hat eher aufgrund von Abnutzungserscheinungen der Grund. Doklu schreibt es gerade, 60% der Story waren annehmbar, da kam der letzte Teil der Story und ab dann wurde es einfach nur weird. Ripperino, vielleicht kennt ihr noch Negativ- und Positiv-Beispiele, muss nicht unbedingt von Strategie-Genre selber sein, aber rund um Story, was euch da noch einfällt. wenn ja, schreibt es in den Chat, per WhatsApp, Facebook, Discord. Zurück auf Strategiespiele kommend, Strategiespiele waren wie gesagt nie ein großer Markt, wo man gesagt hätte, okay, damit werden wir reich. Das ist einfach utopisch, so eine Behauptung, weil dafür ist es auch zu inkonsistent, dafür gibt es viel zu verschiedene Themenbereiche, für die sich die einzelnen Gamer auch interessieren. Jemand, der den Zweiten Weltkrieg mag, mag vielleicht kein Science Fiction. Jemand, der Science Fiction mag, mag vielleicht kein Fantasy. Jemand, der Fantasy mag, mag vielleicht kein Zweiter Weltkrieg. Ein schönes Positiv-Beispiel von Doogluck, die XCOM-Story und die Gegner waren sehr interessant, auch von der Darstellung, wenn man die Spielreihe vorher noch nie angefasst hat. Da gebe ich Recht, das heißt immer Aliens, wird so reingeworfen, aber was sind Aliens eigentlich und was für Formen von Aliens gibt es, wie agieren sie, wie handeln sie, was können wir daraus gewinnen, wenn sie feindselig sind. Weiteres schönes Beispiel, wir bleiben beim Thema Sammelwasser, Quillgeist Metroid, mit Metroid, mit Adam gestorben, da der Charakter von Samos dermaßen scheiße wurde, das ganze Spiel einziges Cringe-Fest wurde. Ja, das ist tatsächlich etwas, da haben einige Spiele dran zu leiden, dass der Protagonist mit einem Mal wird, Blitzkrieg 3 Story ist sehr cringe, Valkyria Chronicles geht in Richtung Anime, ist ganz interessant, finde ich zum Beispiel auch sehr interessant, weil auch mir die Darstellung sehr gefallen hat, weil es tatsächlich eher ernst, versucht hat einen ernsten Ton anzubringen. Das heißt, es ging um Krieg, ja, aber das war kein Hoppe-Hoppe-Reiter und Rumquietschen, okay, vereinzelnd, ja, aber nicht in dem Übermaß, so wie man es erwartet hätte, gerade wenn man daran denkt, dass es ein Kriegsszenario darstellen soll und dann Kriegsszenario und Anime, hm, sind zwei Dinge, passen nicht immer zusammen, um nicht zu sagen, es wird sehr schnell Cringe. Cringe ist übrigens ein schöner Begriff, den ich einfach mal auch so ein bisschen aufschachteln möchte, weil es jetzt halt für zwei Spiele schon gefallen ist. Ab wann, oder was ist für euch ein Kriterium, wo man sagen würde, okay, jetzt ist wirklich, das ist wirklich Cringe, jetzt fange ich an zu cringen, ab wann ist dieser Punkt erreicht, ab wann ziehen sich bei mir die Arschbacken zusammen, ab wann verengt sich mein Arsch und ich fange an, mich innerlich so zu winden und ich fange an zu schreien vor Schmerzen, ab wann ist dieser Punkt erreicht, ist das relativ, hat das eine relativ geringe Toleranzgrenze, das heißt, ist das relativ schnell erreicht oder muss dafür schon einiges im Argen liegen, dass man irgendwann sagt, Charaktere passen nicht, Story ist komplett schwachsinnig, Plot ist inkonsistent, die Beziehung der Charaktere untereinander ist komplett an den Haaren herbeigezogen, ist dann der Punkt erreicht oder reicht es schon, wenn man sagt, ich habe hier gerade eine Stelle in der Story, das passt nicht zusammen zu dem, was ich bisher erlebt habe. Mero wirft noch ein, The Lion's Hearts hatte eine gute Story bezüglich Krieg, wenn ich mich recht erinnere, keine Ahnung, ob die der, mir sagt er was, ist tatsächlich etwas, was ich auf dem Giga habe, werde ich wahrscheinlich auch mal streamen, für die, die daran Interesse hätten, da peilen wir mal den Freitag für an, oder den Samstag, lasse ich mal offen, vielleicht auch nächsten Sonntag, aber das wäre tatsächlich etwas, das könnte man präsentieren und das wirkt tatsächlich mal nach einer interessanten Herangehensweise, ähnliches Spiel von mir noch eingeworfen, This War of Mine. Wow, was für eine Atmosphäre, muss ich wirklich sagen, also wirklich mal eine ganz andere Herangehensweise, ist aber auch mehr RPG als Strategy. Immersion-Brüche bringen das bei Drache zum Beispiel sehr schnell, das heißt, da wird sehr schnell gecringed. Ich nehme mein Lieblingsbeispiel, ich komme irgendwie nicht drüber weg, nein, ich beherrsche mich dieses Mal, auch Kruton zuliebe, ich nehme nicht das Beispiel, Mass Effect beispielsweise, ist ein sehr schönes Thema, hat gerade der neueste Mass Effect Andromeda-Teil, ich kann leider kein konkretes Beispiel nennen, aber da hatte ich tatsächlich zwei, drei Begebenheiten, wo ich gesagt habe, da ist die Immersion komplett zu Bruch gegangen, wir sind eine Expedition in eine fremde Galaxie, also etwas anderes als die Milchstraße, nämlich die Andromeda-Galaxie und dort finden wir feindselige Aliens und eine alienartige Substanz, die sich wie ein Virus verbreitet. Ach ja, übrigens, warum habt ihr meine Familie noch nicht aufgetaut? Alter, hast du das gerade ernsthaft gefragt? Ja, ich will meine Frau wiedersehen. Alter, wir sind hier gerade vom Überleben bedroht. Siehst du das da draußen? Guckst du mal bitte in den Himmel? Siehst du diese schwarze Wolke? Das Ding könnte uns auslöschen, wenn es in unsere Richtung kommt. Du fragst mich, warum ich gerade ein paar Militionäre aufgetaut habe aus der Kryostasis statt deiner Frau? Aber egal. Bei Quillgeist, wenn es einer durchschnittlichen Teenager die Schamesröte ins Gesicht treiben würde, oh, das ist eigentlich ganz schön hoch, oder? Das ist eigentlich ganz schön schwer in der heutigen Zeit. Ich meine, da kannst du über ficken Blasen, Muschi, Penis und alles mögliche reden. Das ist alles noch angenehm. Ab wann wird es denn Schamesröte und Cringe? Gute Frage. Ähm, wenn man versucht, realistisch zu bleiben und dann die Charaktere etwas machen, was entweder außerhalb des Historischen, aber nicht zu dem Kontextes fällt, oder man macht Aktionen, die man nur mit dem Wissen des Plotarmors hätte rechtfertigen können. Plotarmor ist ein sehr schöner Begriff, gerade für, äh, Immersion. Ähm, Plotarmor ist etwas, das empfinde ich persönlich auch als sehr, sehr negativ. Egal in welchem Spiel. Und das treibt mir mit einer Peitsche die Immersion aus dem Körper. und, ähm, 1 versus 30 nicht mal ein Kratzer. Easy, GG. Ähm, ja, es ist tatsächlich Plotarmor. Wie hat er das überlebt? Ja, ich bin wichtig für die Story. Äh, ja und? Da ist gerade eine ganze Space Station in die Luft geflogen. Wie hast du das überlebt? Haha, ja, ich habe eine Rettungskapsel gefunden. Als ich geprüft habe, war da nur eine und die haben wir benutzt. Haha, ja, aber da war noch eine andere. Immersion Bruch. Ihr wisst, was ich meine. Ähm, wenn offensichtlich wird, dass die politische Narrative, die das Spiel durchsetzt, versucht, mehr als offensichtlich wird. Haha, da muss ich so ein bisschen an Social Justice Warrior denken, tatsächlich. Haha, also wenn man tatsächlich versucht, alles ist irgendwie schön, es gibt kein hässlich, alles ist Friede, oder alles sollte Friede, Freude, Eierkuchen sein, Krieg ist unnötig in der heutigen Zeit. Da muss ich auch sagen, das ist so weit ab von Realität. Ich meine, selbst Battletech, kommen wir mal wieder so, drehen wir mal eine kleine Runde. Der Krieg ist gar nicht mehr schreiben, macht nichts, ich kann nicht mehr sprechen, von daher passt das, wir ergänzen uns wunderbar. Ähm, äh, worauf wollte ich denn gerade sprechen, zu sprechen kommen? Ich hab's vergessen. Ähm, Poli- Genau, Social Justice Warrior, äh, alles ist schön, alles ist, äh, es gibt keine Ressourcenkonflikte, es, ähm, Battletech, genau, ich hab's wieder, danke. Ähm, äh, Battletech spielt im Jahre 3000, es gibt eine Organisation, die nennt sich Comstar, Communication, Star System, ähm, die tatsächlich ein Monopol haben für Kommunikation innerhalb der Milchstraße. Die haben tatsächlich die einzigen Gebäude und die einzige Technologie, die in der Lage ist, dass Planeten untereinander kommunizieren können. Okay, sagen wir mal nicht Planeten, in einem Sonnensystem wird das wahrscheinlich noch irgendwie funktionieren, aber sagen wir mal von Sonnensystem zu Sonnensystem, ähm, da wird es schon grenzwertig, ja, und dieses Monopol, das hat Comstar, das hat auch kein anderer. Und trotzdem hab ich manchmal das Gefühl, das ist den Clannern zum Beispiel scheißegal, der wird mit der Plot-Armor geflogen, wir greifen jetzt Tarkat an! Die Hauptstadt von Haus Steiner, beziehungsweise dem, äh, der liranischen Allianz. Und ich frage mich, okay, ihr habt jetzt eine Flotte, die Flotte fliegt und siegt, äh, Sailor Moon Style, die haben nur Sicht, die sind in dieser Bubble, in diesem Miniversum, die haben wirklich nur Sicht, die können mit niemand anderem kommunizieren, geht nicht! Auch wenn sich Comstar zur Neutralität verpflichtet hat, Comstar reagiert zum Beispiel sehr pissig, wenn man ihre Technologie beschädigt. Ähm, was ja auch irgendwie verständlich ist. Was übrigens sehr lustig ist, weil dann wird einfach mal in einem Sonnensystem einfach mal komplett die Kommunikation abgeschaltet. Schade, deal with it. Ähm, das scheint den Clannern komplett egal zu sein. Und da muss ich sagen, auch wenn ihr einfach nur Kampfbestien seid, so ein Miniversum kann zum Beispiel extrem ausarten. Wenn man, man kennt das aus dem 16. 17. Jahrhundert und aus der Entdeckerzeit. Wenn man auf einem Schiff nach Amerika war und dann, was ist man, gesegelt drei, vier Wochen, ein Monat, zwei Monate, das kann mir der Dukluk bestimmt beantworten, ähm, dann hat man irgendwann nur noch die gleichen Kerle gesehen, weil Frauen durften ja nicht mit. Jetzt haben wir schon ein bisschen Gleichberechtigung im Jahre 3000, aber bleiben wir mal bei dem Vergleich, man hat nur sich selber, irgendwann kann man sich doch nicht mehr riechen oder sehen oder schmecken. Da bricht doch irgendwann Kannibalismus aus. War übertrieben formuliert, oder? Davon habe ich noch nie was gehört. Und, ähm, das ist etwas, wo ich sagen muss, ähm, das soll alles als Beispiel dienen dafür, man wird diese Inkonsistenzen wahrscheinlich, die durften mit, wenn sie schwarz waren. Äh, genau, von Nordamerika, richtig. Ähm, und in diesen Wochen hat man quasi nur sich, wozu dieses Beispiel dienen soll, man wird, glaube ich, immer, wenn man lang genug guckt, Inkonsistenzen finden, innerhalb von Storys und innerhalb von Genres und ich denke, bis zu einem gewissen Grad ist das auch verkraftbar. Da kann man ein Auge zudrücken, da kann man sagen, okay, es dient wirklich der Story. Äh, wo Buddelschiffe herkamen, was da drin gebaut wurde. Ähm, Vampire Masquerade, Tori, knackt das Schloss hier, du knackst das Schloss, gehst durch die Tür, er ist schon da, ich hab ne Abkürzung, genau. Ist das echt so, gab es das echt? Ich frag dich als Vampire-Kennerin, Schatz. Redemption hast du gespielt, Redemption hast du gespielt, okay. Ähm, rum. Ähm, bis zu einem gewissen Grad ist das alles entschuldbar und da kann man ein Auge zudrücken. Allerdings hat dieses Auge zudrücken, wie ich finde, dazu geführt, dass wir mittlerweile bei einem Punkt sind, wo man sich fragen muss, ähm, wird es nicht ausgenutzt von manchen Spieleentwicklern? Wird es bestimmt? Keine Frage. Aber schadet das nicht mehr, als dass es hilft? Und muss man da nicht vielleicht ein Stück weit konsequenter rangehen und muss man da vielleicht auch ne gewisse Arroganz zeigen, indem man sagt, ja, du hast doch schön ausgearbeitet, aber hey, ich seh hier tatsächlich ne Inkonsistenz, wie kann das sein? Was so ein bisschen nach Nitpicking wirkt, also, ähm, wirklich einfach nur nach Fehlern suchen, wie nicht gescheit. Aber vielleicht ist das notwendig, um Entwickler und Publisher-Studio, äh, wieder auf Linie zu bekommen. Aber auch das ist eher eine Spekulation. Ne, nackte Frauen, sobald der rum weg war. Vielleicht waren die Frauen nicht da, sondern nur noch mehr rum. Schön, was für eine Diskussion ich hier angestoßen hab bei Maximum Break. Ich liebe euch Leute, herrlich. Ähm, um nochmal auf Strategie-Genre zurückzukommen. Story ist relativ schwer, weil, ja, du kannst auf einzelne Charaktere verweisen, aber wenn du das bis auf einen Trupp runterbrichst, ist insofern die Frage, wie soll der Trupp überleben, ohne dass die Plot-Armor greift. Ne? Ähm, immerhin hatten die dann eine Begründung dafür, dass er schon da ist, nicht in den etwaigen Bethesda-Games, wo die Companions einfach irgendwie dahinter auftauchen. Ähm, ja, Teleporting, super Thema bei RPGs auf jeden Fall. Für Strategie-Spiele, wenn du es auf einen Trupp runterbrichst und viele Trupps, Dokluk wird das bestätigen können und auch Drache, ähm, man hat irgendwann wirklich eine Masse an Panzergrenadieren, an Sonderkraftfahrzeugen, an Panzern. Wenn man da jeden Charakter ausarbeiten würde, ähm, man würde gar nicht dazu kommen, sich mit denen auseinanderzusetzen, weil die einfach so schnell wegsterben. Auf der anderen Seite wäre es natürlich interessant, wenn sich ein Charakter entwickeln würde, dadurch, dass er beispielsweise viele Gefechte und viele Schlachten überlebt. Das wäre tatsächlich designtechnisch etwas, das man in Erwägung ziehen könnte. Wenn ein Panzergrenadiertrupp drei Schlachten miterlebt hat, dass man plötzlich die Namen dieses Trupps hat und dass man tatsächlich weiß, so, okay, der ist, ähm, im letzten Spiel sind tatsächlich zwei umgekommen, aber der Truppführer hat überlebt. Und, ähm, vielleicht haben die tatsächlich auch einen fixen Ansprechpartner im Oberkommando ist alles nur Planspiel. Weiß ich auch nicht, wie das umsetzbar wäre, da müsste ich mich tatsächlich mal intensiv mit auseinandersetzen, aber das wäre tatsächlich etwas, das wäre dann Bereich, ähm, Strategiespiel. Beim RPG ist das viel einfacher. Hier hast du einen Questgeber, hier hast du einen bösen Antagonisten. Kannst du bei Strategiespielen eh nicht machen, hier hast du den bösen Kommandanten. Aber da ist wieder die Frage, wie passt das, ähm, zum Beispiel vom Gesamtkontext. Du hast zwei Völker oder zwei Fraktionen, die sich gegenseitig bekriegen und die machen das beide aus einem bestimmten Grund. Das eine Volk überfällt das andere Volk nicht einfach aus Jux und Dollerei. Der größte, der meiste Grund ist tatsächlich, ähm, Rohstoffe, beziehungsweise Territorium, Land. Ähm, ein weiterer Grund ist Überlegenheit oder dass man versucht den anderen niedrig zu halten, auch das sind legitime Gründe. Aber auch da wird es schon sehr schwer, ähm, ab wann ist etwas wirklich böse, ab wann ist etwas wirklich gut. Und da kommt man sehr schnell in ein Dilemma, denn während man in einem RPG einen bösen Erzmagier oder einen bösen Licht darstellen kann, der, äh, zu einem Gott aufsteigen möchte, damit aus rein egoistischen Gründen handelt, ist das in einem Strategiespiel etwas verzwickter. Ähm, ich stimme dir zu, Drache, Nitpicking macht die Lore besser. Denn ab dann, das ist, ich stelle mir das immer vor wie ein Teppich, der fertig geknüpft wurde und dazwischen gibt es einfach ein paar lose Fussel. Und indem man eben darauf hinweist und eben sagt, hier ist ein loser Fussel, indem man, kann man den entfernen oder aber einweben innerhalb des Teppiches. Wenn man das nicht anspricht, dann bleibt der Fussel da und es wird einem immer auffallen, wenn man diesen Teppich betrachtet. So ähnlich sehe ich das mit Story als solches. Ähm, Medal of Honor hatte, wie ich fand, sehr interessante Geschichten, auch sehr traurige Geschichten. Da wurde tatsächlich noch so, ähm, es war tatsächlich wie ein Drama aufgebaut oder eher wie eine Tragödie, das trifft es eigentlich viel eher. Ähm, nicht so sehr, wie ich es mir gewünscht hätte, aber, da wurde tatsächlich noch der Versuch einer Story begangen, sag ich mal. Ähm, Strategie-Genres gehen viral. Und das ist etwas, was wir uns jetzt bewusst machen sollten. Es kommen immer mehr Strategiespiele, es kommen auch Early-Access-Strategiespiele. Ähm, die Grafik sei mal dahingestellt. Ist auch ein Immersion-Faktor, hatten wir auch schon lang und breit drüber diskutiert. Muss jeder für sich bewerten und entscheiden. Kann man nicht pauschal sagen, Grafik ist wichtig. Grafik ist für die Immersion wichtig. Das ist erstmal eine korrekte Aussage. Wie die Gewichtung aussieht, das ist etwas, das kann man nicht pauschalisieren. Das geht nicht. Denn der eine mag seinen Fokus auf das Narrativ legen und sagen, oh ja, mir gefällt die Story. Ähm, Fantasy Wars beispielsweise hat, ähm, Immersion dadurch gebracht, dass es, ähm, Rundenstrategie, du hast dir deinen Trupp zusammengebildet, der konnte auch nicht verstärkt werden für die Schlacht und wenn die Erfahrungspunkte gesammelt haben, konntest du aus unterschiedlichen Verbesserungen wählen. Und diese Verbesserungen waren nicht einfach nur Attacke plus 10, HP plus 50, sondern da gab es riesengroße, ähm, Lore-Texte dazu. Beispielsweise, ähm, eine vollständige Ritterrüstung. Da wurde zugeschrieben, dass eine voll, ich komm gleich, ähm, auf eure Konversation, Drache Quilgeist, zu sprechen. Äh, wenn du nicht siehst, kannst du nicht spielen. Ey, Textbasierte RPGs sind richtig cool. Dwarf Fortress auch, richtig cool. Komme ich gleich darauf zu sprechen. Ähm, oh Gott, wo war ich denn jetzt schon wieder? Ihr werft mich hier aus der Bahn. Ihr, ihr seid Nasen, ehrlich. Ähm, da, 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 Man hatte eine Riesen-Lore für die Kavallerie, man konnte die mit einer vollständigen Ritterrüstung, die Amor gebracht hat, aufrüsten. Aber gleichzeitig stand als Lore-Text darunter, dass eine vollständige Ritterrüstung etwas ist, wovon viele Ritter nur träumen. Und dass das eigentlich, dass eine vollständige Ritterrüstung so eigentlich auch gar nicht finanzierbar ist. Auch nicht für einen Lehnsherren, sondern dass es sich dabei eher um eine Ansammlung von verschiedenen Plattenteilen gehandelt hat, ähm, die die Ritter sich selber also teilweise selber erstanden haben, teilweise gestellt bekommen haben. Und das fand ich Immersion-Technisch ähm, unfassbar geil. Weil das hat mir gezeigt, okay, das ist nicht einfach nur Ritterrüstung, sondern es ist tatsächlich etwas, da ist meine Einheit Ritterstolz drauf. Und schon haben die ein bisschen mehr Seele bekommen. Ähm, Grafik unterstützt Gameplay. Ich glaube, was Drache meint, ist nicht Gameplay, ähm, sondern tatsächlich auch Immersion im Sinne von, wenn ich schieße und ich sehe, da spritzt Blut oder ich sehe, da hat jemand eine Schussverletzung an der Schulter ähm, und diese Schussverletzung wird in Anführungszeichen ausgelebt, dann, ähm, Grafiken unterstützen, dann hat man auch die Grafik, also ich, ich bin wieder da, Krillen war geil. Ich liebe, ich liebe unseren Channel einfach. Allein, was du verpasst hast, ist übrigens die Diskussion, ähm, ich hab einen Vergleich gemacht, äh, zwischen, im Jahre 3000, wie man mit Spaceships von Solarsystem zu Solarsystem fliegt, ähm, zur Kolonialzeit und zur Entdeckerzeit und dass man da ja wochenlang im Endeffekt auf seinem eigenen Universum gelebt hat. Die Diskussion ist super geil geworden, kann ich mir nur empfehlen, liest es nach im Chat, hammergeil. Ähm, boah, ja. Schuss geht durch, keine Trefferbugs, äh, genau. Grafik ist, äh, die Schnittstelle zwischen deinen Buttonpresses. Grafik ist wichtig. Grafik ist, äh, Grafik, die, die Grafik sorgt dafür, dass du einen Knopf drückst und du, und dann geht der Input, geht ins Spiel, wird vom Spiel verarbeitet, geht dann in den Bildschirm und der Bildschirm zeigt an, was der Grafik, äh, was sein Button-Input bewirkt hat im Spiel. Also Grafik, ja, unterstützt nicht nur Gameplay, sondern definiert auch das Gameplay tatsächlich. Also, deswegen, also man, man kann ja auch, äh, äh, mit der, mit der, mit den Frames per Second, Leute sagen, äh, 60 Frames per Second sind unnötig. Und ich sage, äh, in manchen Spielen sind 120 oder 240 oder so viele Frames per Second wie möglich, äh, äh, ratsam und, äh, machen auch ein besseres Spielerlebnis. Ähm. Ich finde den Beitrag, das ist auch der Grund, warum ich gerade so ein bisschen still bin, den Beitrag von Quilgeist und von Drache sehr, sehr, sehr wichtig. Ja. Ähm, weil, auch wenn wir hier fachfremde Personen haben, das sind ja Ansichten, also Quilgeist ist erst einmal Entwickler, auch ein sehr, sehr guter Entwickler, den ich anmerken möchte. Das heißt, dementsprechend, der kennt seine Basics und der weiß auch, wenn es ans Arbeiten geht, wenn es ans Ausarbeiten geht, ähm, dann hat man da tatsächlich Richtlinien und dann hat man tatsächlich Indikatoren, die man irgendwie kategorisieren muss. Das klingt jetzt nach Fachgesimpel, aber im Endeffekt geht es darum, ich hab hier etwas, das muss ich einsortieren, sonst kann ich nicht mit arbeiten. Das muss irgendwo zugehören, ganz einfach. Ich hab ein Schwert, wozu gehört das zu? Grafik, Gameplay? Hm. Ist eine Frage, die man sich stellen sollte. Ich find allerdings auch den Beitrag von Drache ganz, ganz wichtig, dass er zum Beispiel sagt, Plattenrüstungen müssen auf den Träger abgestimmt werden. Das ist zum Beispiel etwas, wenn man das ins Spiel einbauen würde, dann hätte man tatsächlich viel mehr Immersion. Kann man einfach so sagen. Das ist tatsächlich so. Weil dann hast du tatsächlich eine akkurate Darstellung, wie es früher war. Das heißt, du hast Realismus mit eingebaut, Referenz, reale Welt. Du hast dich tatsächlich daran orientiert, wie war das hier? Ich baue es in meinem Spiel ein. Ist egal, ob es Fantasy ist. Ist egal, ob es Magier gibt. Sobald ich bemerke, hey, der hat ja irgendwie eine andere Plattenrüstung als die andere. Und wenn man dann mit dem NSC sprechen kann, so nach dem Motto, hey, was hast du denn für eine geile Plattenrüstung, dass der dann sagt, naja, die hab ich mir selber anfertigen lassen, was denkst du denn? Und weißt du eigentlich, wie teuer die war? Verpiss dich. Ich will keine Fettflecken da drauf haben. Dann hat das eine ganz andere Wirkung, als wenn man bei jedem Org, ich muss so ein bisschen an Gothic 3 denken, irgendeine fette Rüstung findet, die so quasi, so standardisiert, wie aus einer Fabrik gekommen ist. Das ist etwas, was mich persönlich auch langweilt. Weil ich sag, eine Rüstung ist nicht eine Rüstung. Wenn du krank bist, bist du krank, wenn du Urlaub hast, hast du Urlaub. Eine Rüstung besteht aus vielen verschiedenen Teilen. Und eine Rüstung definiert sich dadurch, was für Teile ein jeder verwendet. ist es etwas, passt da vielleicht die Armschienen nicht? Sieht man das? Sind die Schulterplatten vielleicht ein bisschen zu groß geworden, weshalb der Kopf so ein bisschen klein dazwischen? Das sind Dinge, die helfen tatsächlich bei Immersion. Das kann sehr schnell in Comedy abdriften, keine Frage. Aber das ist etwas, da muss ich sagen, das hilft tatsächlich bei Immersion. Gameplay, Grafik, visuelles Feedback, ich möchte nicht allzu technisch werden, weil das ist etwas, da kann man sich auch ellenlang diskutieren. Man kann auch ein Textadventure nehmen und alles beschreiben, was du gerade gesagt hast, das komplett ohne Grafik ist und die Spielmechaniken dahinter sind genau dieselben. Ja. Das heißt, sagen wir mal, die Rüstung macht den Zwergen langsamer. Dann hat das tatsächlich Auswirkungen auf das Gameplay, aber die Grafik ist nur die Darstellung des Ganzen. Also Grafik ist für Gameplay nicht unbedingt, ich hasse es so, mit Phrasen zu dreschen, die ich nicht ganz so definieren kann und wo es Definitionen gibt, die ich verwechsel und von der ich teilweise tatsächlich keine Ahnung habe, aber Gameplay ist, wie Quillgeist gerade sagt, 100% definiert durch die Programmierung und ich finde, das Visuelle, die Grafik ist aber auch eine Schnittstelle, sage ich jetzt mal, zwischen den zwischen den Button-Inputs und Da, also bei dem Beitrag von Quillgeist würde ich einwerfen, wo wenn du Es funktioniert auch komplett ohne die Grafik. Das Spiel funktioniert ohne die Grafik. Nur die Grafik hilft dir dabei zu entscheiden, wie du die Spielmechaniken benutzt und so weiter. Wenn du Immersion so einteilst, wo bleibt dann zum Beispiel Story? Wo bleibt dann Charaktere? Weil das sind auch, das ist wichtig für Immersion. Nicht nur, dass ein Charakter beispielsweise gut animiert ist und gut dargestellt ist, sondern für mich wäre noch wichtig, dass dieser Charakter in sich konsistent ist. Das heißt, der hat ein Ziel im Leben, der hat eine Geschichte, nur weil mein Held oder mein Protagonist ankommt, verändert sich nicht automatisch die Welt für ihn, außer ich spiele einen Dämon, dann wird es lustig. Aber gehen wir mal davon aus, Mensch trifft Mensch, dann hat er sein Tagwerk, das muss dargestellt werden, da sind wir wieder bei Grafik, das ist richtig. Aber wo bleibt Konversation? Wo bleibt vielleicht seine gelangweilte Haltung? Wo bleibt sein Desinteresse für aktuelle Gegebenheiten? Oh ja, in Windhelm hat ein Drache angegriffen, was interessiert mich hier? Ich bin im Griff dann. Ja. Also fangen wir mal an mit einer Spielregel. Die Spielregel lautet, Entschuldigung, wenn wir auch gerade ein bisschen dran vorbeireden, aber ich bin gerade erst wiedergekommen und ich muss erst wieder so reinfinden, damit wir auf einen Nenner kommen. Ich hole mir Sammelwasser. Bin gleich wieder dabei. Ja gut, ich wollte jetzt eigentlich auch dem Stefan, dem Jesaja das hauptsächlich erzählen. Wir haben ja Figur A, also Entity A, Entity B. Du bist Entity A. Wenn du als Entity A einen Knopf drückst, zum Beispiel den X-Knopf, dann verschwindet Entity B. So, das ist die Spielregel. Und wenn du jetzt Grafiken dazu dazuschaltest, dann hast du entweder einen Typen mit Schwert, der auf dem Rücken vom X-Knopf das Schwert schwingt und dem Typen B den Kopf abschlägt oder du hast den Typen A, der eine Pistole hat und den Typen B erschießt oder du hast einen Panzer, der schießt oder du hast da wird das das ist aber technisch gesehen kein Gameplay an sich, was die Grafik dadurch verändert, sondern nur eine das lässt das umrahmt die Spielregeln mit einem mit einem fantastischen Sinn und einer Idee dahinter, sodass man eine Motivation hat, das Spiel weiter zu spielen. im Endeffekt hat man tatsächlich nur das programmierte Regelwerk, wo du Knöpfe drückst und je nachdem, welche Knöpfe du drückst, gewinnst du oder verlierst du. Und Grafik, Sounddesign, Animation ist wirklich nur dazu da, um die ganzen ein Setting zu geben und die Immersion zu geben und dem Spieler eine Idee davon zu geben, was für Knöpfe er denn am besten drückt, um dieses Spiel zu gewinnen. Also eine Hilfestellung, um das Spiel, um die Spielregeln so zu benutzen. der Game Designer und der Storyteller wirklich dann auch ersonnen hat. Ich finde das übrigens, möchte ich nur nochmal einwerfen. Richtig geil, wie ihr miteinander diskutiert und wie ihr miteinander redet. Das will ich ab jetzt jeden Podcast aufschreiben, mit nach Hause nehmen. Dienstag will ich eure Eltern sehen. Ich würde trotzdem sagen, als Vorschlag zugüte, wir nehmen dieses Thema mit in den nächsten Podcast. Dafür nehmen wir uns dann wirklich mehr Zeit, das heißt, das kriegt dann tatsächlich zwei Themen Zeit, sagen wir mal, und dann können wir uns wirklich nochmal intensiv damit auseinandersetzen. Das halte ich für sinnvoller, weil, ich würde gerne, wir sind mittlerweile bei über zwei Stunden, ich würde jetzt gerne noch auf das letzte Thema zu sprechen kommen und das ist etwas, wo wir uns alle gemeinsam nochmal richtig schön aufregen können. Habt ihr über The Search geredet? Nein, haben wir nicht. Das packen wir in den nächsten Podcasts, dann kann ich mich noch ein bisschen mehr darüber informieren, denn es geht halt einfach darum, dass Souls-like jetzt ein Genre wird, oder viele fangen an Souls-like als ein Genre zu nehmen, was ich für absoluten Quatsch finde, weil, was die Kriterien, die ein Souls-like als Genre ausmachen, sind nichts weiteres als ein, sind nichts anderes als ein Kampfsystem. Boah, was war das für ein Sound, Junge. Wow, 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 was ist denn los? das ist mein Ventilator. Ich bitte um Verzeihung. Ähm, die Sache mit Steam und seinen Resellern. Wie ihr mittlerweile erfahren habt, ich lasse euch nebenbei noch weiter diskutieren, solange ihr mir zuhört, ist alles in Ordnung. Wie mittlerweile jeder von euch wissen sollte, bin ich ein ziemlich großer Fan von Resellern, weil, Fangfrage, was hältst du von G2A? Hast du mit G2A-Erfahrung gemacht? Ja, sehr, sehr viel Erfahrung tatsächlich. Ähm, es ist ein gemischtes Verhältnis. Ich verwende G2A nur in Verbindung mit Paypal, das hat einen ganz spezifischen Grund. Die Preise sind super und ich hatte auch noch nie Problem, doch einmal hatte ich ein Problem, was einzulösen, da muss ich aber auch sagen, das war, das hat Steam so halb verkackt, weil die haben falsche CD-Keyes ausgegeben und weiterverkauft und ich hab das dann versucht zu aktivieren und wir haben uns quasi zu dritt an den Tisch gesetzt, ich als Kunde, G2A und Steam und wir haben uns gesagt, hä, was ist denn hier los? Das war ein bisschen weird. Womit ich Probleme hab bei G2A ist das Refunding und, aber da hilft mir Paypal, an dieser Stelle muss ich wirklich eine Lanze für Paypal brechen, Hammer wie die, das ist wirklich Community Arbeit, das ist wirklich Kundenzufriedenheit, was die da generieren wollen, weil, jedes Mal wenn ich sag, ey, das Spiel ist total verbuggt und ich kann es einfach nicht mehr weiter spielen, das ist einfach, es ist ätzend, ich hab's jetzt fünf Stunden gespielt, ich würd's gern zurückgeben nach zwei Tagen, dann sagt Paypal, alles klar, wir übernehmen deinen Fall. So, und dann gehen die auf G2A zu, dann wird das ausdiskutiert und Paypal als, ich sag mal in Anführungszeichen BWL-Fürmer, ist da knallhart und sagt, der hat ein Rückgaberecht. Das ist so, ist egal, ob er es gebraucht erworben hat, der hat ein Rückgaberecht. So, G2A hat sich da bislang immer wieder gegen gesträubt, gerade, das hängt aber auch damit zusammen, dass G2A eher eine Plattform ist, wo viele verschiedene Händler ihre CD-Keys anbieten. Und, da hatte ich schon Händler, zum Beispiel einen Russen, der nicht wirklich Englisch sprechen konnte und auch nicht Deutsch, ich hab's dann mit meinem gebrochenen Russisch versucht, das war sehr merkwürdig, ähm, wo ich gesagt hab, okay, Paypal, regel das. Und Paypal hat gesagt, machen wir. Ähm, da ging es zum Beispiel darum, dass ich einen CD-Key erworben hab, oder einen Steam-Key, um genauer zu sein, bei dem nicht angegeben wurde, dass der nicht für meine Region freischaltbar ist. Da hat diese, äh, Information einfach gefehlt. Es war ein CD-Key für Rest of the World, wie man so schön sagt, kann ich auch beim nächsten Podcast mal anschneiden, so verschiedene Gebiete, wo verkauft wird. Und ich konnte sie entsprechend aktivieren und hab gesagt, was ist das denn? Hier, guckt mal hier auf eure Shop-Seite, da steht nix davon. Äh, doch steht da. Irgendwo ganz klein in der Beschreibung. Da hab ich gesagt, das ist zu wenig. Das ist Betrug. Und Paypal hat mir recht gegeben. Hat gesagt, das ist, äh, das geht nicht. Also G2A hat eine, hat so ein bisschen eine Geschichte und ist bei vielen ein bisschen geächtet auch. Äh, äh, ich muss wieder auf Total Biscuit verweisen, hat ganz viel erzählt, äh, dass G2A äh, sehr viel, also, dass sehr viele Leute G2A als Plattform benutzt haben und gestohlene und gepiratete CD-Keys mit gestohlenen Kreditkartennummern, äh, bei G2A vertrieben haben. Deswegen hat G2A ein bisschen schlechten Ruf momentan. äh, 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 Link, Link dazu, äh, zur Quelle, woher ich das habe, äh, im Chat. Ich bin immer noch sehr schlecht mit Zusammenfassungen, deswegen, äh, äh, der Teil traue ich mir da nicht, da alles so drüber zu erzählen. Ähm, aber ja, die haben nicht so viel dagegen gemacht. Also die, die haben, äh, G2A vertreibt nicht selber diese Keys, diese gestohlenen Keys, sondern hat nur sehr, sehr wenig gemacht, um diese Praktiken aufzuhalten. Richtig, wie gesagt, G2A ist eher eine Plattform, wo verschiedene Händler, wie so ein Flohmarkt im Endeffekt. G2A veranstaltet den Flohmarkt, aber wer da alles verkauft, hä. Ich isse gerade nebenbei Nudelsalat, nicht wundern. So, das war aber meine Frage, du warst doch gar nicht fertig mit dem Einleitung zum Thema. Habe ich auch schon wieder vergessen, macht nix. Die, die Sache mit, die Sache mit Steam und seinen Reseller. Ähm, Steam, es ist, ehrlich gesagt, kann ich mir momentan keinen Reim drauf machen. Das ist etwas, wo ich tatsächlich, darum bitte so ein bisschen zusammenzukommen in unserer Gesamtheit als Maximum Break. Ähm, wir haben ein, eine Plattform, die Dinge verkauft von Entwicklern und Publishern. Manchmal auch in Kombination. Wenn Publisher beispielsweise eigene Entwicklerstudios haben. Oder aber Mehrheitsanteile in Entwicklerstudios das aber nicht angeben. Was ich übrigens für ziemlich zwielichtig halte. Aber okay. Ähm, Steam verkauft das, ist sich, hat ein relatives Desinteresse. Das trifft es eigentlich am ehesten. Steam ist es egal, was für Reviews, was für Praktiken, äh, wer das Geld nimmt in Early Access und wegrennt, auch das ist Steam relativ egal. Mhm. Aber dann, dass da gestohlene Keys weitergeleitet werden und dass da zum Teil riesige Prozesse aufgerollt werden gegen beispielsweise G2A, wo man sich dann außergerichtlich einigt. Ähm, das ist für mich verwirrend, weil sind wir wieder beim Thema Inkonsistenz. Ich weiß nicht wirklich, worauf Steam hinaus möchte. Ähm. Ja. Oh, um nochmal kurz ein bisschen den Chat zu moderieren, ähm, äh, Quillgeist kommt tatsächlich aus der Sparte und hat, äh, tatsächliche Erfahrung und ich wage zu behaupten, dass er das gelernt hat, deswegen gebe ich ihm auch, äh, ziemlich viel, äh, Recht, ohne selber, bei, ohne selber wirklich zu wissen, ob er Recht hat oder nicht, ganz einfach, weil ich mich weniger, äh, auskenne in der Sparte und, äh, ich weiß auf jeden Fall, was er meint, am besten, ähm, wirklich selber mal, äh, die, die Definition angucken, äh, und wirklich, äh, sich drüber informieren und gucken, ob, äh, Quillgeist Recht hat oder nicht. Richtig, weil dann kann man im Nachhinein auch immer noch widerlegen. Aber das ist etwas, ähm, das müsst ihr für euch ausmachen, ob ihr das wollt. Ähm, ja, möglichst viel Geld bei möglichst wenig Arbeit, das stimmt tatsächlich. Also, den eigenen Aufwand so gering wie möglich halten, am besten nur zwei Leute in irgendeinen Serverraum sperren und die Steam-Seiten überprüfen lassen, alle halbe Stunde und dabei, äh, Riesengewinne abschöpfen. Ich weiß nicht. Steam ist ziemlich konkurrenzlos. Das muss man leider so sagen. Jede Plattform, die man mir bisher lang vorgestellt hat, die oft, also, zumindest augenscheinlich in Konkurrenz zu Steam steht, ist nicht annähernd so erfolgreich und hat nicht annähernd so viele Verträge mit Publishern und Entwicklern. Ich meine, es gibt, äh, Uplay Origin, ja, aber das sind nur, äh, die sind ja wirklich, die wollen auch keine Konkurrenz zu Steam oder so sein, die wollen einfach von Steam sich loseisen, ne, damit die ihre Spiele so verkaufen können, wie sie das für richtig halten und das ist keine Konkurrenz zu Steam. Dann gibt es GOG, wie schon erwähnt wurde von Benjamin und Humble Bundle, äh, die, die vertreiben aber größtenteils wirklich, äh, Nee, nee, GOG nicht. Humble Bundle vertreibt größtenteils Steam Keys und GOG ist wirklich, äh, die, die vertreiben immer Alte Spiele. Also, nicht nur alte Spiele, auch viele, viele Indie Games und deren Sache ist halt einfach, dass, äh, GOG kein DRM hat. Hm. Das heißt, äh, du kannst alles offline spielen, äh, es gibt, ne, du musst nicht online in irgendeinem Klienten für, äh, äh, Steam sein, die verkaufen immer DRM-freie Spiele. Das ist das, äh, womit GOG, äh, an der Spitze ist. Hm. Also ich weiß, ich hab von GOG ein oder zwei Spiele erworben. Das waren aber wirklich alte Spiele. Ich müsste jetzt noch mal nachgucken, welche das waren. Ja, GOG ist auch der Haupt, äh, muss man, muss man auch dazu sagen, wenn du irgendwas, äh, wenn, wenn du Indie-Spiele dir torrenten willst und, äh, ja, äh, GOG ist auch ein ziemliches Flaggschiff auf den sieben Weltmeeren, sag ich mal so, weil, wenn, wenn, wenn du ein Indie-Spiel piratestest, äh, dann, dann ist, äh, läuft dir meistens ein GOG-Installer über den Weg. Ganz einfach, weil kein DRM, ne, das ist nicht GOGs Schuld, aber, ne, Piraten profitieren ganz schön von GOG. Also, für Benjamin, wir haben gerade noch mal ein bisschen aufgeschlüsselt, wofür ist Steam eigentlich, weil Steam hat ja ein Quasi-Monopol und, äh, wofür ist Good Old Games die Seite, wo ich selber schon zwei Transaktionen getätigt hab, wo ich zwei Spiele erworben hab. Äh, bitte keine Indie-Games piraten. Ja, kauf lieber Early Access. Äh, 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 Riesenthema Ass, Ass, ich, ich, ich sage nichts zum Indie-Games-Piraten. Ähm, ich, nein, ich tue das auch nicht. Also, wirklich, äh, auf Rettelst jetzt so angeordert, ich, ich, ich pirate ein, zwei Spiele, ja, ähm, das heißt nicht, dass ich mir diese Spiele nicht kaufe und Indie-Games sind es nur in sehr, äh, in sehr, sehr seltenen Fällen und die verschwinden dann auch sofort wieder auf der, äh, von meiner Festplatte. Ich finde das sowieso ein bisschen bigott. Aber man muss sich, man muss sich informieren und, äh, am besten kennt man sich aus als Insider. Ich, 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 ich versuche hier so geil, so geil gut zu reden, dass ich ein, dass ich ein verdammter Pirat bin, Der Eiertanz, äh, was haben sie zu ihrer Verteidigung zu sagen? Ich pirate Triple, ich pirate Triple, ich pirate Triple-A-Games, um sie anzutesten. Weil, meistens, äh, spiele ich die eh nur eine Stunde oder zwei Stunden lang. Äh, da, äh, da kann ich genauso gut, also, das ist so mein zweites, äh, Piraten ist immer so meine zweite Chance, weil bei Steam, ne, kann man ja eine Stunde spielen, zwei Stunden. Der ist gerade sich richtig dreckig am Winden. Nein, ich bin ein, ich bin ein Pirat. Klar bin ich ein Pirat. Aber, das ist, äh, mit Reviews und allem kann man, kann man den Leuten keinen Schaden mehr zuführen. Was ich sagen wollte ist, ich finde es sowieso ein bisschen bigott, wie mit Piraterie umgegangen wird, denn man darf nicht vergessen, Piraterie auf der einen Seite natürlich, Geld spielt immer eine Rolle. Es gibt Leute, die können sich Triple-A-Titel nicht leisten und die suchen dann nach anderen Wege. Das ist richtig, aber mittlerweile hat sich das in eine Richtung bewegt, wo Piraten im Endeffekt nichts anderes ist, als sich eine Demo zu beschaffen. Nur, dass diese Demo halt das volle Spiel ist. Ähm, ja, also das ist, das ist die salopp, das ist eine ziemlich saloppe Beschreibung, aber es ist tatsächlich so die Intention, die dahinter liegt. Ich will im Endeffekt wissen, was erwartet mich in dem Spiel, ähm, ist das ausgereift, ist es verbuggt, pipapo, und wenn ich es enden, und man gibt mir nur die Möglichkeit Hopp oder Ex im Endeffekt. Ja. Und das ist eben das dagegen, hallo Gankalex. Ähm, und das ist eben etwas, ähm, wo man sich fragen muss, okay, in welcher Art und Weise macht das Sinn? Also in welcher Art und Weise ist es wirklich zu verteufeln? In welcher Art und Weise muss man wirklich eine Grenze ziehen und sagen, okay, ab hier ist es wirklich nicht in Ordnung, ab hier geht es wirklich, ähm, um, um Geldverlust. Ganz salopp. Also, jetzt winde ich mich selber so ein bisschen. Ja, ich will eigentlich, ich will, ich will frei, genau zu reden. Wir haben jetzt, wir sind alles, wir sind alles verfickte Piraten. Ist einfach so. Es ist einfach so. Ich bin ganz auch so. Ich pirate, ich pirate Spiele. Und ich bin auch der, ich bin auch der, diejenigen, die mein Geld verdient haben, die kriegen mein Geld. Ich bin auch der Auffassung, ich finde es ein bisschen beknackt, dass man behauptet, dass zum Beispiel GameStar-Redakteure, ich bash die immer sehr gerne, sich privat keine Pirate-Games holen, dass sie sagen, ja, die müssen das nicht machen. Die kriegen Review-Copies. Ja, das ist sowieso, das ist sowieso noch mal ein Thema, ja. Das ist etwas, die bekommen das in den Arsch geschoben, ja, mit Anlauf bis zum Ellenbogen. Und, dann können die da ihre positiven Reviews verfassen, auch darüber haben wir schon ellenlang gesprochen. Es geht im Endeffekt darum, dass sie ein Spiel geschenkt bekommen und dann ja ein positives Review verfassen. Während wir als Otto-Normal-Benutzer und Otto-Normal-Verbraucher nichts bekommen. Und ich meine wirklich nichts. Können wir euch vielleicht noch daran erinnern, wie sich Steam gewundert... Also es gehen immer noch richtige Journalisten, die Review-Copies bekommen und dann trotzdem noch Reviews schreiben, die sie wollen und auch sagen, wenn ein Spiel schlecht ist. Ich bin, also wenn du so einen Artikel findest... Das sind richtige Journalisten, in der, bei GameStar gibt's die, bei GamePro gibt's die, weil, ne, es wird immer seltener tatsächlich, weil, äh, es lohnt sich einfach nicht mehr, das Risiko einzugehen eines schlechten Reviews, weil es so viele YouTuber und Streamer gibt, die man einfach kaufen kann und die, äh, die, ne, ihre, ihr Fellowship haben, ihre, ihre Volksschaft, die, äh, alles ihnen aus der Hand frisst und alles glaubt, ne, weil die den Anschein haben, als hätten die eine Meinung, aber die Meinung ist erkauft. Ja, das ist viel lukrativer, gerade bei AAA, aber bei Indie Games ist das was komplett anders. Worauf ich eigentlich gerade zu sprechen kommen wollte, könnt ihr, lieber Chat, euch noch daran erinnern, wie sich Steam gewunden hat, Refunds einzuführen? Das ist so ein riesig tolles Thema, denn da hab ich mich monatelang nur aufgeregt. Erstmal, hier hieß es ja, ihr habt Recht auf Refunds, aber dadurch, dass ihr das Spiel kauft, unterschreibt ihr einen Vertrag, wo drin steht, ich verzichte auf mein Recht auf Refunds. Erinnerst du mich noch? Ja. Ich glaub, das ist auch heute noch so. Also, es gibt irgendeine Klausel, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber... das haben die ausgehebelt, weil, da hat man zwar keinen großen Tamtam drum gemacht, aber das ist, da sind wir wieder beim Thema, Politik, Politik ist meine Sparte, ähm, das ging tatsächlich bis zum europäischen Gerichtshof, wo gesagt wurde, Verbraucherschutz, die haben ein Recht auf Refund, Punkt. Und Steam, ja, aber wir sind ja eine amerikanische Firma, hat die EU gesagt, ist egal, ihr verkauft eure Produkte hier in der EU, es gilt EU-Recht. Die sind da ziemlich knallhart rangegangen, was mich sehr überrascht hat, weil normalerweise sind die eher so auf Diplomatie und das war, ah, aber die verkaufen ja die Produkte ja auch gar nicht, die verkaufen ja nur das Lizenz, die Lizenz von diesem Produkt. Richtig, du verkaufst ja nur das Recht, dieses Spiel anzumachen. Du verkaufst deine Seele, quasi. Ja, sagt er einfach so. Wenn, 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 wenn du ein Spiel piratest, dann hast du nicht das Spiel geklaut, sondern du spielst es halt nur, äh, unerlaubt. Richtig. Und, weil du nicht die Lizenz dafür hast. So war das damals halt mit Shareware. Ich kann verstehen, dass man da Hardcore gegen geht, aber wieder, Thema BWL, es wird sofort, Copyright, ich hab das programmiert, da geht uns echt Geld verloren. Ähm, anstatt Community Arbeit zu betreiben, anstatt zu sagen, pass mal auf, wir haben jetzt hier, es gibt heutzutage keine Demos, ich kann nicht mehr die offizielle PS Magazin einschmeißen und gucken, wie Crash Bandicoot 3 ist oder wie, äh, wie fucking, na, ne, wie das, wie, wie das ist und dadurch eine Kaufentscheidung treffen. Es geht einfach nicht mehr, es gibt keine Demos mehr, das machen nur noch Indie-Gamer. Die Demos kriegen alles, äh, gekaufte Streamer heutzutage nur noch, von den AAA-Titeln. Und, wie soll ich mir da ein Bild machen? Manchmal kann man sich noch Demos holen, das ist richtig, wenn das angeboten wird, dann kann man sich auch Demos holen, ähm, sind die Minderheit, richtig. Das fasst das eigentlich sehr gut zusammen. Und das ist eben etwas, gerade für AAA-Titel, finde ich, das ist ein Genickbruch, äh, zu sagen, wir haben kein, wir haben keine Demo, wir haben keine Vorab-Version, wir haben keine offene Beta, aber selbst eine offene Beta, finde ich, ist keine Demo. Also, da bin ich mittlerweile knallhart geworden. Das ist etwas, da war ich früher auch noch anders, da habe ich gesagt, okay, du kriegst ja schon mal Einblicke ins Spiel, das ist alles vorbei. Ja, nee, so eine, eine Beta nicht auch Content fertig sein, also, dass der ganze Content schon drin ist, in der Beta. Ich weiß nicht, wie das per Definition ist, ich weiß aber, dass das viele so handhaben. Quillgeist. Ne, auf jeden Fall, Early Access, ich habe mal so, ja, so, ja, ich stelle jetzt dieses Indie-Game vor, das ist sau, das ist sau cool, ne, dann hat er irgendwann nach anderthalb Stunden erwähnt, ja, das Spiel ist übrigens Early Access, in der, in der Early Access Alpha, aber ich bin schon seit der Beta mit dabei. Was sind, was sind, was sind Worte? Was bedeuten die Worte? Was bedeuten die Worte? Das finde ich gerade top, und damit möchte ich den Stream auch beenden. Beta gibt keine Bestimmung oder so. Nur das Gefühl, dass sein Produkt ist Beta und könnte etwas so sein, nennst du es Beta-Version, und scheiß, das ist auf dem Markt, also Markt. Veröffentlicht es halt. Ja. Wunderschöne Beschreibung. Du sagst halt einfach, es ist nur nicht fertig. Hier. Und Alpha, Alpha ist eigentlich, also, laut meiner Idee, was eine Alpha ist. Alpha ist eigentlich das, was überhaupt gar nicht an die Öffentlichkeit geht, sondern im Studio bleibt, im Entwicklerstudio. Da sind Sachen drin, alles wird anders aussehen, das ist ein, das ist ja, ein Work in Progress, das in der, das noch in der Ideenphase steckt, wo das, das Endprodukt absolut überhaupt nicht mehr, ne, danach aussieht, nach dieser Alpha. Kann eben hilfreich für. Early Access Alpha, die sehen alle schon so aus, ne, und die sehen bei Release immer noch genauso aus, wie in, wie in der Alpha. Kann erhebliche Änderungen nach sich ziehen. Ja. Spielerfahrung in der Alpha kann vom realen Spielerlebnis abweichen. Und, und eine, eine Beta war für mich immer das, was man spielt und man weiß, was man bekommt. So war das noch bei Guild Wars 2, kann ich mich noch erinnern, ich hatte Betazugang damals. ähm, man sieht schon, was man bekommt, hundertprozentig, und, es wird jetzt los, äh, losgeschickt auf, äh, Playtester, äh, damit Bugs gefixt werden können und so weiter. Ich bin immer noch, und heutzutage hat jeder schon Zugang zu dieser, zu dieser, ne, Pre-Alpha. Ja. Das größte, das ist ein Unwort. Pre-Alpha. Das ist ein Unwort für mich. Pre-Alpha. Hol dir jetzt den Zugang zu Pre-Alpha. Ja, Alpha kommt als, als erstes, aber es gibt eine Pre-Alpha. Ja. Das ist halt, das ist halt dieses so, äh, das ist auch wieder so pretentious, so dass dieses Wort wurde kaputt, wurde kaputt gewirtschaftet. Weil das, dieses Pre-Alpha bedeutet jetzt, das ist, da, da, da steckt die Botschaft, wenn ich eine Pre-Alpha verkaufe, als Early Access. Deswegen, Quillgeist, ich finde, du, äh, du hast ja, du hast ja gesagt, irgendwie müssen die eher Geld machen. Aber wenn ich Geld haben will und sage, ja, das Spiel soll so und so aussehen und jetzt könnt ihr eine Pre-Alpha euch kaufen und, äh, die wird dann immer geupdatet und wird dann irgendwann ein gutes Spiel. Und Pre-Alpha, es reicht ja schon nicht mal mehr Alpha, sondern Pre-Alpha, das vor der Alpha kommt, also, ne, wirklich die aller, allererste Version, die gerade so, ne, die stabil, noch nicht mal stabil, verkaufen als ein, als ein Zeichenblock oder als ein Haufen, Haufen Blätter, Papier, wo ein paar Zeichen draufsteht, das ist für mich eine Pre-Alpha. So, und, das, das benutzen die als Werkzeug, um denen die Botschaft zu vermitteln, da kommen noch 300.000 Millionen Updates, das wird noch 300.000 Trillionen mal besser, als es jetzt ist. Free-Alpha ist kompiliert bei mir. Jaja, aber dafür wollen die, dafür wollen die Geld haben. Ja, also, ich finde es eigentlich auch wichtig, dass man da wirklich mal anspricht, was ist Alpha, was ist Beta, was ist Gamma. Hallo, hier ist die Gamma-Version. Hier ist die Gamma-Version. Für mich ist zum Beispiel, ich denke immer noch viel zu Community-affin, ich bin der Auffassung, eine Beta ist eine erste zur Präsentation freigegebene Vorab-Version, wo sich aber immer noch erheblich viel ändern kann. Ja. Das werde ich auch nie wieder so wiederholen können, wie ich es gerade gesagt habe. Aber auf jeden Fall behalte diese Definition im Kopf. Wie gesagt, Steam interessiert es herzlich wenig, um nicht zu sagen, gar nicht. Aber es braucht sie auch nicht interessieren. Sie haben einen Monopol, sie sitzen drauf, kacken sich in die Hände, freuen sich, dass es warm wird. Aber dafür lassen die alle ihre Spiele bei denen verkaufen. Also, wenn das nicht freie Marktwirtschaft ist, wenn du irgendein Scheiß, weil ich meine, du musst so bei Greenlight, du musst eine gewisse Nachfrage haben für dein Spiel bei Greenlight, dann kannst du es da verkaufen. Bei Steam. Easy. Also, wenn das nicht freie Marktwirtschaft ist, dann weiß ich auch nicht was. Aber, ne, die haben ihr Monopol als der Pennymarkt der Gaming-Landschaft. Erstmal zu Steam. Wir schmeißen alles zusammen und sehen, wie es läuft. Wie ich mir echt vorstelle, so drei Entwickler so. Ich hab hier ein bisschen Code, willst du auch? Oh, äh, ich glaub, jetzt läuft es. Gehst du drei Schritte, stürzt es einfach eiskalt ab. Ähm, Okay. Aber ich denke, es ist ein schönes Schlusswort. Doch. Oh, zweieinhalb Stunden. Hat Spaß gemacht. Richtig in Fahrt gekommen. It's time to say goodbye, Günther. Ähm, ja. Ich hab Bock auf Death Road to Canada irgendwie. Hat wer Bock auf Death Road to Canada? Dann mach ich gleich weiter. Äh, ja, wer da bleiben will, kann sich der Road to Canada angucken. Ich werde jetzt erstmal kacken gehen. Das ist erstmal eine Maßnahme. ich auch. Ich auch. Mein Bier ist alles. Nachmacher. Dann sei ich wieder hier mit einem Bier. Ich fand das übrigens so süß, das möchte ich noch anmerken. Ich hab einfach mal gegoogelt, weil ich es, ihr wisst ja, ich bin neugierig, ich kann's nicht lassen. Ich hab einfach mal gegoogelt, was brauchst du für einen erfolgreichen Stream? Was, was, welche Meinung haben hier einige? Was musst du haben, damit es erfolgreich ist? Du musst Dinge verschenken, also Giveaways. Äh, du darfst nicht rauchen, du darfst nicht trinken, du darfst nicht fluchen. Ähm, du solltest dich, das fand ich das Geilste. Wir haben keine Zukunft. Ich, ich, ich zieh die ganz, ich zieh alles runter. Ich rauche, ich trinke, ich fluche. Ach, guck mich mal an. Wir haben nichts zu verschenken, außer, 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 außer uns. Außer uns. Wir verkaufen unsere Körper. Wir verkaufen unsere Worte. Ähm, das einzige, was du brauchst, ist ein Streamer und Unterhaltung, der Meinung bin ich auch. Es ist interessant, wie sich diese ganze Industrie rund um Streaming, und ich denke, das nehmen wir auch für den nächsten Sonntag mal mit, ähm, in was für eine Richtung sich das begeben hat, und wie das, und, und Versprechungen. Äh, komm, wir gehen, wir gehen, wir gehen einfach, es reicht. Ebelangst. Ähm, danke für die, für die, für die. Erfolgreiches Stream braucht man sowas wie Benjamin, und zwar ganz viele davon. Queergeist, Mero, Drache, Durklok, danke, dass ihr alle dabei wart, danke für diese richtig, richtig geilen Diskussionen im.